Und damit herzlich willkommen zu Kena. Wir spielen weiter. Wir sind noch im Wald der Bäume, weil ein Wald aus Bäumen besteht. Da haben wir zuletzt aufgehört und wir haben den Boss vom Lebensbaum erledigt in einem epischen Fight auf erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Es war wirklich sehr geil. Und ja, jetzt geht es weiter. Ich muss mal gucken, was wir machen müssen. Schauen wir mal. So, es gab ein Update. Ich werde direkt mal eben testen, ob das Update funktioniert. So. Ah ja, das geht jetzt schon mal auch. Also man kann jetzt hier auch in den Fotomodus. Das ging nämlich vorher nicht. Also das haben die auf jeden Fall schon mal behoben. Das ist ja schon mal cool. Und dann schauen wir doch mal. Ähm, aber der Fokus sitzt ja nicht. So, jetzt. Pass auf. So. Okay. Gucken wir mal, ob das auch geht. Ja, jetzt gehen auch die Aktionen. Oh ja, ein Küsschen. Oh mein Gott. Zucker. Okay, also das geht jetzt auch. Die Fehler. Also die Bugs, die mir zumindest bis jetzt aufgefallen sind, die sind behoben. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Und damit, äh, ja, kommen wir weiter mal. Also, hier war, ne, das ist der Baum des Lebens, heißt der, glaube ich, oder? Baum des Lebens. Heiliger Baum. Heiliger Baum. So. Da haben wir den Boss erledigt. Das heißt also, wir müssen jetzt zur Laternenhöhle. Wir müssen zur Laternenhöhle. Wo ist denn die Laternenhöhle? Hier ist die Laternenhöhle. Ne, der Pfad zur Laternenhöhle. Da gehen wir doch doch mal hin. So. Ich muss noch mal eben gucken. Also, wir haben auch noch nicht alle Hüte. Blumenschrein. Geisterpost. Äh, Geisterposten. Geisterpost, Huhn und Rotz haben wir auch noch nicht alle. Ja, aber, ähm, haben wir ja auch nicht bei dem, ja, auf dem Hügel. Da müssen wir auch noch mal hin. Und ich würde mal eben die Musik ein bisschen leiser machen. Nun, müh. Sagen wir mal so. Ey, ich glaube, du bist gerade genau an der Stelle. Ja, das, das weiß ich natürlich nicht. Das kann sein. Denk dann kein Backseat Gaming, ja? Das gilt natürlich für alle. So. Also, das war noch im Rahmen. Aber alles darüber hinaus, bitte, bitte, haltet euch zurück. Wir sind da jetzt ganz streng. Ich esse mal eben. Guten Appetit, liebe Simone. Kann ich hier einfach runter. Oh, ich muss nach links. Ja, die kleinen, wo die... Oh, ach du Schande. Oha, auf einmal sind wir schon, sind wir in dem Fight. Ich bin, ich bin auch gar nicht warm. Ich muss erst mal gucken, wo, wo geht nochmal alles. Hallo, ich bin, ich bin auch gar nicht warm. Ja, hallo. Hör mal, du, äh, Kackboy. Oh, jetzt, warte doch mal. Ne, was? Das Ding verfolgt mich ja. Jetzt, äh, jetzt warte doch mal ab hier. Oh, Scheiße. Und ich hab natürlich auch noch keine Spezialfähigkeit, nur nix ready. Ja, genau, Junge. Ja, gönn dir. Okay, der kassiert aber gut. Ja, genau. Du Sackpimmelpenner. Alter, was? Komm schon, komm schon, komm. Yes. Also man muss nur schnell Schaden austeilen. Okay, okay, alles klar. Easy peasy, easy. Der war gut. Oh, da kommt unser kleiner Eulenfreund. Okay, das war nice. Boah, ich bin richtig froh, dass wir, äh, den Schwierigkeitsgrad erhöht haben. Damit das nicht dauerhaft zur Verfügung ist, sondern ein bisschen knackiger wird dadurch. Das war eine gute Entscheidung. Äh, ich komm sofort zu dir, ja? So, ich muss noch mal eben gucken, ob wir hier zumindest in der Nähe alles abgegrast haben. Aber ich meine ja, das war ja der Anfang, ne? Also wir können mal eben kurz zur Mäusehutmannfrau. Wir haben ja neue Hüte freigeschaltet. Die kann ich dann mal eben, äh, holen. Oh Gott, so weit weg war der noch? Nee. Der war doch nicht so weit weg. Doch, der war das, das war der hier. Ach krass, ich dachte der wird... Nee, ist er nicht. Nee, komm, also dann nicht. Also ich geh jetzt hier nicht komplett weg, nur um zwei Hüte zu holen. Hallo? Das ist ja, äh, ach, das geht ja nicht, ne? Das kann man nicht machen. Ho, 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 ho. So. Ach, dieses Spiel, ne? Das zerstört meine Mind. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Vermutlich nicht, ne? Naja, okay. Dann müssen wir einmal rum. Ja, was möchtest du uns denn mitteilen? Das ist, äh, damit ist zu rechnen. Aber damit, äh, lassen wir uns ja dadurch nicht aufhalten. Das wäre ja noch schöner. Ich muss mir mal unbedingt einen Screenshot-Button auf das Gamepad legen, damit ich, äh, nicht immer auf die Tastatur drücken muss. Das nervt. Ah, es ist einfach so geil gemacht. Und es ist einfach so toll. Das, das müsste... Eigentlich würde ich dieses Spiel gerne so richtig lange spielen. Also so richtig lange. So, 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 wirklich so MMO-RPG-mäßig irgendwie so. Hu, ha, ha. Open World, keine Ahnung, was. Das macht einfach alles richtig. Mini-Bubbles, ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ja, ich bin ein kleiner, neuer Freund von euch. Hallo. Oh, wir haben schon ganz viele Rotze. Das mag ich. Ich mag die Rotze. So, was geht denn hier? Mir geht's gut soweit. Ja, ich hab schon eine Ekelbohne gegessen, weil das Schicksalsrad gedreht wurde. Ich habe schon einen Shot getrunken, weil das Schicksalsrad gedreht wurde. Da kann's einem nicht mehr nur gut gehen. Süße kleine Haustiere hast du da. Ja, ich weiß. Äh, das sind meine Sackratten. Die laufen mir leider überall hin. Mit. Hin. Fort. Weg. Was ist das denn? Was ist das? Was? Hä? Okay. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter, vermutlich. Oh doch, theoretisch sogar schon. Kommen wir sogar schon. Aber ich wollte jetzt gar nicht eigentlich so weit weg von dem eigentlichen Pfad. Hast du schon das Wasser? Oh, das ist ja... Das muss ich noch einfrieren. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das ist ja Eis, ne? Du hast ja recht. Das... Ne, das... Das friere ich gleich erstmal ein. Habe ich noch nicht getestet. Habe ich gar nicht dran gedacht. Das muss ja eingefroren werden. Meine Großpackung Eis ist übrigens leer. Die letzten sind jetzt im Gefrierfach. Oh, das darf ich... Das darf ich gleich nicht vergessen. Oh, guck mal. Und wir können neue... Ähm... Dinger. Einsammeln. Ähm... Äh, wieso werden mir denn jetzt auf einmal hier die Buttons nicht mehr ange... Ach da, okay. Alles klar. Aber ich fände es immer noch schön, wenn... Ähm... Es werden nicht mehr alle Buttons angezeigt. Das ist ja komisch. Ähm... Hä? Wieso werden die Buttons nicht mehr angezeigt? Aber das hier schon. Das ist ja... Also irgendwie hat sich da jetzt aber ein neuer Bug eingeschlichen, oder? Hä? Das ist ja total kurios irgendwie. Ganz seltsam. Naja. Gut. Also... Wir sind jetzt vom eigentlichen... Vom eigentlichen Pfad ein bisschen ab. Da müssen wir gleich wieder hin. Aber ich muss mich halt auch immer umgucken, ne? Guck mal, hier wäre ja jetzt quasi der... Äh... Wagen. Dann können wir doch da tatsächlich mal eben hin. So, es gibt neue Hüte. Kleine Hütchen für euch. Ihr Süßen. So, was haben wir denn da jetzt hier schön? Hirsch. Och, wie süß. Taro. Maske der Geschwister. Oh, süß. Ja, wir haben so viele, ne? Aber ich will auch nicht mehr kaufen. Ich hoffe ja, dass es am Ende für jeden Rott einen Hut gibt. Deswegen will ich nicht mehrere kaufen. Wir gucken mal. Ich habe Amazon schon Nachschub bestellt. Äh, dieses Eis, was du da jetzt quasi mir, äh, geschickt hast, das gibt es auch auf Amazon oder was? Das kann man da bestellen. Oder hast du normales Eis geholt? Also ich probiere das auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ach, cool. Das kann man da bestellen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Also hier kommen wir nicht weiter. So, das ist sehr gut. Weil dann können wir zum eigentlichen Dingens zurück. Wobei doch, hier kriegen wir ja dann, äh, ein Vieh. Aber ich bin komplett vom, vom eigentlichen Pfad ab. Also ich muss jetzt gleich erstmal zurücklatschen. Ne, komm, wir gehen jetzt erstmal zurück. Weil ich nicht weiß, was da hinten noch war. Deswegen, äh, erstmal zurücklatschen. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas, äh, übersehen hab oder verpasst hab. Das wollen wir, ne. Natürlich nicht, ne? Das geht so nicht. So. Das wäre nämlich quasi... Ja, jetzt erzähl mir nicht... Deswegen bin ich jetzt zurückgelatscht. Zu einer Stelle, wo ich noch gar nicht wieder reinkomm. Wow. Echt, das ist das... Nicht am Ernst. Echt jetzt? Wow. Heißt das Sun Lolli, glaube ich. 60 Stück, 20 Euro. Das ist ja, wenn die wirklich lecker sind, das ist ja in Ordnung. Das ist ja okay. 30 Cent pro Teil. Da kannst du ja nichts sagen. Ja gut, Tetra Pak ist das jetzt, äh... Das hat ja jetzt keinen wirklichen Vorteil. Zu dem Plastik-Dingens-Kram, ne? Oder? Ist das wirklich umweltfreundlicher? Ich mein, innen ist das ja auch so beschichtet und so. Aber ja, kann natürlich sein. Wobei, Tetra Pak kommt ja auch in den gelben Sack. Ist das wirklich umweltfreundlich? Also ich sag mal, auf die Menge des Inhalts gesehen, ist es ja auf jeden Fall umweltfreundlicher. Weil in diesen Plastik-Schläuchen, da ist ja auch nichts drin. Wie viel ist da drin, ne? Wie viel ist das? Pamp, ne? Keine Ahnung. 80 Milliliter oder irgendwie sowas. Ja, also auf, auf, äh... Den Inhalt gesehen ist es auf jeden Fall umweltfreundlich lecker ist. Wie viele Sorten gibt's denn da? Ich hab ja jetzt zwei, ne? Von dir. Wie viele gibt's denn da? So, jetzt müsst ihr doch eigentlich... Hä? Ich muss doch hier das Dingen bekommen! Was soll das? Da gibt's das erst hier oben, oder was? Hä? Okay, hier gibt's aber richtig Kasala noch. Meine sind schon eingefroren. Aber probiert hast du die auch noch nicht, Coco? Okay, hier geht's auch erst mal nicht weiter. Also wir brauchen auf jeden Fall die Blume, damit wir die Rotz... Ah, da ist der Zweite. Ne, doch. Damit wir die Rotz, äh, umwandeln können in ihre weltliche Form. Äh, ursprüngliche Form. Also denke ich, dann werden wir wohl beide. Das geht aber nicht. Hä? Wir brauchen irgendwo einen Triggerpunkt. Für diese Kat-Blume. Wo ist der? In meiner Bestimmung war jetzt Cola, Zitrone, Pfirsich, Himbeere... Ach, das ist ja schon viel. Also ich brauche aber... Also es muss Zitrone geben. Weil Erdbeere und Pfirsich und Himbeere ist zum Beispiel und Orange finde ich schon alles gar nicht geil. Cola und Zitrone wäre dann gut. Aber Kirsche hätte ich gerne noch. Und Waldmeister. Aber Cola und Zitrone ist schon auch geil. Okay, wo? Wo? Oder ich ziehe mal die Maske auf. Vielleicht verrät die mir irgendwas. Das hat ja eben in dem... Ah! Okay. Ich habe ja bis jetzt immer noch nicht gecheckt, wofür diese Symbole sind, ne? Weil die gibt es ja auch in dem anderen Wald. Aber was genau machen und bewirken die? Das habe ich noch nicht gecheckt. Genau, dieses Blaue gibt es ja auch da hinten. In Dänemark gab es noch Organic-Sorten. Ach so, ah, Exotic und sowas. Ah, okay. Sowas ist natürlich auch geil. Wo können wir hier was triggern? Wir brauchen ja... Also diese zwei blauen Dinger, ne? Die ihr da eben an den Bäumen gesehen habt. Das sind im Prinzip nur die Erweiterungspunkte, die zusätzlich mit aktiviert werden müssen. Deswegen können wir die nicht aktivieren. Aber... Hä? Ne, das ist dahinter ja wieder irgendwo was. Hä? Hallo, sorry, dass ich so spät bin. Mein Zug kommt heute alle zwei Stunden statt hier. Äh, Jackie, das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Frechheit, dass du so spät bist. Das ist ein... Also, so geht das nicht. Ja, keine Sorge, wir haben auch tatsächlich gerade erst angefangen. Wir spielen noch gar nicht lang. Alles gut, Jackielein. Sorry, dass ich so spät bin. Hallo? Jetzt entschuldigt man sich hier schon, wenn man zu spät... Ja, finde ich gut. Können wir so einführen. Für jede Minute, die man zu spät kommt, äh, da müssen wir uns irgendwas überlegen. So eine Strafe, irgendwie sowas. Oder Urlaub abgezogen. Also, Moment. Was haben wir hier? Ja, ich muss mir mal so einen Überblick gerade verschaffen. Ach so, die Coco hat... Genau, was ist denn Coco? Ach, da! Ja, der ist ja lange. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. So. Den habe ich nicht gesehen. So. Und damit haben wir das Ding. Alles klar. So, dann komm mal her, Schnuckelhase. Bitte hier, äh, drauf einmal. Ja, ihr kleinen Süßis. So, und dann können wir nämlich jetzt mit den Röttis aufräumen. Ja, so macht man es übrigens nicht. Na, nur schon mal zur Info. So macht man es genau nicht. Boah, der hat aber ganz schön viel, viel zum Aufräumen. Ihr könnt direkt nochmal wiederkommen. Ihr könnt mitkämpfen. Oh. Könnt ihr, könnt ihr euch direkt mal nützlich machen. Okay, krass. Na, ist klar. Komm, ein bisschen geht noch. Oh. Ja, ja, genau. Habe ich mir auch gerade überlegt. Wie sollen die denn die Bohnen, wo sollen denn die Bohnen herkriegen? Soll ich die denen vorher vor Post schicken, oder was? Also, ihr kommt zu spät und ich muss dann eine Bohne essen. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes System. So können wir es machen, ja. Dann würde ich mich nicht wundern, wenn ich erst mal eine Stunde alleine sitze. Und ganz zufällig kommen dann alle zu spät. Oder? So wird es gemacht. Oh, schade, ich dachte, da wäre ein neuer Rott. Koko, du hast noch deine, deine, äh, Aufgabe zu erfüllen, ne? Wo sind denn die ganzen Clips, die du machen musstest? Du erinnerst dich da an eine Vereinbarung, die wir hatten, ne, mit Simone? Wo sind denn die ganzen Clips? Von den vergangenen letzten Wochen und Monaten? Ko, 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 ko. Sehr nachlässig geworden in letzter Zeit. Ja, ich schlafe ab neun. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Dann muss ich es halt tagsüber machen. Ich schlafe ab neun. Ach so. So, mach dann mal hier schön alles bunt. Ich will das hier alles bunt haben, ne? So. Alter, wie viel wir hier, äh, so, sehr schön. Ja, cool. Sehr ga, äh, sehr, Serge, Serge, Sergei. Boah, ist aber schon ganz schön viel hier, was man da wegmachen muss, ey. Ey, streamen nicht zu lange, dann geht das. Ne, 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 man kann die ja auch nachträglich machen, ne? So, da können wir auf jeden Fall, kann man da auch wieder hoch. Ich hab ein bisschen Schiss, dass wir dann da nicht mehr hochkommen. Aber doch müsste gehen. So, aber ich mach trotzdem erst nochmal eben hier sauber. Ach, guck mal. Dann haben wir, hier haben wir auch noch ein bisschen was an. Bärchen für die Süßen. So. Ja, hier, lecker, lecker essen. Mm, nom, 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 nom. Wir können auch gleich mal gucken, was wir noch, äh, wieder upgraden können dann. Ah, es ist doch ein, ein, ein Rott hier. Ich hab mich schon gewundert. Ein neuer Rott. Ja, noch mehr Rott. Vielleicht brauchen wir ein Clutter, ein Cutter-Budget. Ja, so ein Cutter, ne? Ne, wir brauchen ja nur einen Clipper. Wir brauchen ja gar keinen Cutter. Wir brauchen ja nur einen Clipper. Das hat ja eine Zeit lang auch gut geklappt. Aber ich muss dazu sagen, ich komme halt momentan auch nicht dazu. Weil, äh, ich einfach jeden Tag immer so lange streame. Und irgendwann muss ich dann ja auch mal andere Sachen noch machen und pennen. Eigentlich brauche ich dafür, äh, müsste ich wirklich konsequent einen Tag nicht streamen, wo ich mich um diesen ganzen Kram kümmere, irgendwie. Guck mal, ein Blumenschrein. Okay, nice. So, damit haben wir das offen. Dann gehen wir doch mal hier runter. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ist das die Höhle? Das müsste ja, äh, die Höhle dann sein, ne? Dann müssten wir da sein. Wo geht's hier hin? Oder ist das die Höhle? Ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Ich geh erstmal hier rein. Ne, das ist die Höhle. Was ist das denn hier? Oder ist das das, wo wir oben waren, wo wir eben erst nicht durch konnten? Ja. Okay. Alles klar. Ach ja, das ist das. Alles klar. Okay, ja, cool. Also dann haben wir alles bereinigt. Dann gehen wir jetzt in die Höhle. Selbst dann kommst du, äh, nicht nach, bei täglich mindestens sechs Stunden. Das stimmt. Da hast du wohl recht. Da hast du wohl recht. Ja, dann brauchen wir einen Praktikanten oder sowas. Und am besten einen Praktikanten oder eine Praktikantin, die hier bei mir zu Hause arbeitet oder der, damit ich auch immer direkt Kaffee bekomme. Das wäre eigentlich optimal. So müssten wir das bitte machen. So ein Kaffeespawner. Das fände ich gut. Boah, hier ist aber echt ganz schön dunkel. Hier ist aber richtig dunkel. Warum ist er so dunkel? Ich frage mal die Jaxi, ob sie eventuell bei mir ein Praktikum machen will. Millelein, ich grüße dich. Hallo. Wie war dein Tag? Hm. Boah, ist ja richtig dunkel hier drin. Und was ist hier los? Ich kann auch die Maske hier nicht aufziehen. Okay. Oh oh. Ich habe ein bisschen Schiss, was jetzt kommt. Also hier ist ein, ist das ein Warpstein? Ja, okay, hier ist ein Warpstein. Jetzt wird es lustig, glaube ich. Gut, und eurer? Ja, soweit auch. Ich freue mich, dass wir weiterspielen. Ich bin sehr dem Spiel zugetan, wie du ja gemerkt hast. Und freue mich gar sehr. Ja. Okay. Okay. Aha. Oh, okay. Oh shit. Oh shit. War das vier Uhr gestern? Vorgestern? Ja, ich habe bis vier Uhr gespielt, oder? Oh scheiße. Ach du scheiße. Ah, das ist der Schreinwächter. Hm, der sieht ja nett aus. Alles klar. Immer erstmal die Ads wegmachen. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Der scheint aber ein bisschen behäbiger zumindest zu sein. Aber macht trotzdem ordentlich Schaden. okay der hat hallo ich hab doch rotthammer aktiviert scheiße der kann sich schützen der sagt Oh, das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Nein, lass mich. No, Junge. Oh, scheiße. Ich hab keine Rotz. Ready? Okay. Das würde mich da einreihen. Was könnte noch besser sein, könnte aber auch noch besser werden. Ja, okay. Okay, aber besser geht ja immer. Aber du darfst nicht vergessen, es geht auch immer schlechter. Na? Ich will mir das nicht angucken. Nein, ich will mir das nicht angucken. Geh weg. Boah, okay. Also normale Angriffe, äh, brauche ich gar nicht versuchen. Kann ich den, äh, rotten? Theoretisch. Alter, was? Also wenn der gerade ansetzt, dann macht der, macht der ja überhaupt, dann, da mache ich dem überhaupt keinen Schaden. Was denn das für ein Sack? Boah, das ist aber übel. Das ist aber richtig übel. Das ist ja quasi unfair, sozusagen. Ich will sagen, das ist zu unfair. Nix da, mein Freund. Oh, doch. Uh, der macht schaden. Der macht ein bisschen schaden. Aber der ist echt überschaubar. Also, äh, bis jetzt ist der noch okay. Der ist nicht so übel wie der, äh, Wächter vom, äh, vom Wunderlebensheiligen Gralbaum-Dienst. Ach, aber das ist doch kacke. Wieso macht die, äh, das dauert auch so lange, bis die den ausführt, den Angriff. Boah, übel. Das ist fies. Okay. Ich brauche Energie. Ich brauche ein bisschen mehr Rott. Nein! Komm schon, komm schon, komm schon! Alles klar. Ist der dann angreifbar? Nee, ist er nicht. Ach, du Scheiße. Boah, diese Apps nerven einfach so sehr. Wenn die nicht wären, ne? Dann, äh, wäre es viel zu einfach. Ja, jetzt hat er gar keinen Schaden bekommen, oder was? Was soll das denn? Ey, das ist ja richtig mies. Boah, ist das fies. Kriegt der einfach mal dann gar keinen Schaden. Oh, der hat aber, der hat hier noch, äh, gelbe Dingens, ne? Oh, nee! Okay, alles klar. Das Problem ist nur, ich habe hier keine Heilblumen mehr. Scheiße. Shit. Okay. Okay. Also, wir müssen sparsam sein mit den Lebensblumen. Wir dürfen die nicht direkt, äh, verschwenden. Kann ich bitte das überspringen? Ich möchte mir die nicht immer angucken. Ich mag den nicht! Ja, genau. Gibst du mir direkt mit... Oh, der schlägt aber auch seine eigenen Boys. Das finde ich gut. Ja, genau. Mach mal deinen Leuten hier schade. Das finde ich hervorragend. Das ist sehr geil. Das war doof. Das, das war natürlich jetzt voll die Verschwendung. Dreh dich doch mal um! Nein, du musst dich umdrehen! Ach. Oh Mann, ich habe noch den Rothammer aktiviert! Boah, ey. Also, manchmal haut der gut raus und dann beim nächsten Mal wieder gar nicht. Oh, bitte! Ich bin noch nie... Hallo, ich war noch nicht so weit! Das zählt nicht. Das zählt nicht. Das gilt nicht. Aber warte mal, ich muss noch mal... Wo war denn das nochmal der Angriff mit, ähm, wo ich dann die Rotz, äh, womit ich den einfrieren konnte? Wo war denn das nochmal? Moment, 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 Moment. Also, wo die dann quasi auf den drauf gehen. Oh, wir können ja auch noch Upgrades, äh, machen. Vielleicht habe ich da jetzt was Geiles, Nützliches bei. Drücke während du Bogenfrau, um einen Rottwald zu erzeugen. Kenas Bogenfrau hat einen Mächtigen, der Feinde durchbohrt. Nee. Nee. Fünf Pfeile, nee. Nee. Also hier ist jetzt für den erstmal nix bei. Was ist das? Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Wo war das? Moment. Ja, das ist klar. Ja, ja, ist auch klar. Ja, 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 nee. Wo ist denn das mit dem... Nicht der Rotthammer, ich, sondern hier dieses, dieses, wo die den festhalten. Muss ich gleich im Kampf gucken. Ich weiß das jetzt nicht auswendig. Wasserblitz. Müssen wir da mal gucken. So. Nein. Nein. So, wo war das? Wo war das? Moment. War das hier nah? Hier war das. Genau. Da, hier, ne? Ja, 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 ja. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Das war das. So. Ach, das geht auf dem gar nicht. Ja, dann kann ich mir das ja sparen. Dann ist das ja Quatsch. Dann bringt das ja nix. Alles klar. So, ich muss irgendwie an ihn rankommen, damit ich seine gelben Dinger da... Deswegen, ich wollte den eigentlich, dass die Rotz den festhalten und damit ich dann quasi an seine gelben Teile drankomme, ne? Weil, äh, die machen natürlich den meisten Schaden, wenn ich da drankomme. Also, das ist ja das, was ihm eigentlich richtig mitgibt. Da muss ich halt drankommen. Ah, das ist echt übel. Ach, scheiße. Ja, nein. Oh, jetzt macht er seine, seine Dinge. Okay, alles klar. So, so, so. Yes. Yes. Oh, komm schon. Okay, alles klar. So, jetzt brauche ich aber nochmal ein bisschen, äh, Rottimotti. Oh, komm, ich habe mich gerade geheilt, du Kackbratzen. Äh, Kackaloko. Oh. Oh, schade. Das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, nein. Warte mal. Jetzt. Na, komm schon. Ach, Mann. Oh, diese blöden Apps. Hau ab. Komm. Jetzt macht er wieder die Kacke. Aber dadurch wird er auch verwundbar. Yes. Ja, wieso hat ihm das denn jetzt zum Beispiel nichts abgezogen? Das ist doch super unfair. Das macht man nicht. Das ist ungerecht. Das ist nicht schön. Och, komm. Alter, ist das fies. Also, der ist, theoretisch gesehen, ist der gar nicht schwer. Ich, äh, bin einfach zu blöd. Die Ads nerven halt, ne? Ja, komm. Komm schon. Jetzt mach doch mal was. Willst du mich nicht hauen? Ach, schade. Ich dachte... Wow, ich hab noch gar keinen Rotthammer fertig. Oh, scheiße. Ich stell mich einfach mal vor ihn. Das ist aber auch fies, ne? Dass du halt, äh, die Teile, du musst die gezielt mit dem Pfeil abtreffen, ey. Oh, warte mal. Da konnte ich... Oh, nein. Wie geil ist das denn? Oh, wie nice. Okay, das ist ja geil. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber klar, der ist ja eine Blume. Der ist ja so ein Blumen-Kackboy. Stimmt. Oh, fuck. Oh, jetzt brauchen wir mal kurz Heilung. Aber ja, richtig. Mach das noch mal. Das hat mir gut gefallen. Mach, mach, mach noch mal hier deine geile Attacke. Nein, die doch nicht. Die, äh, die Mächtige hier. Deine AOE-Kacke da. Nein, die nicht. Diese andere da, die hier. Dein, dein, dein. Ja, die. Die gefällt mir gut. Das ist ihm einfach egal. Komm schon. Aua. Nein. Ach, jetzt kriege ich hier durch die kleinen Kackviecher. Ach, komm. Jetzt doch nicht hier durch die blöden Äts. Okay, ich muss die Blume erreichen. Schnell, 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 schnell. Nein. Oh Mann, ich hätte mich wieder komplett vollgeheilt. Dann hätte man gehabt. Ich hab das im Pipi gehabt. Scheiße. Mist. Mist. Kackarsch. Okay, okay, okay. Aber ich hab das jetzt mit dem, mit deiner Rückenkacke da im, im Auge. Ich habe im Auge. Ja, 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 ja. Jetzt sind hier die blöden Äts. Nein, lass das. Ach, komm schon. Echt? Jetzt muss ich es schon anwenden? Ich brauch der, ich will das eigentlich für später haben, ey. Okay. Pfff. 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 Oh Mann, dass ich dann in dem Moment aber auch nie den Bogen ready habe, um auf seine blöden Kristalle da zu schießen. Das ist schon ein bisschen nervig, weil das macht natürlich richtig Schaden. So, das war die letzte Heilung, die wir haben. Mehr gibt es nicht. Das heißt also, das müssen wir jetzt so hinkriegen. Na bitte! Nein! Ach komm, von so einem scheiß Kackboy. Mann, 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 Mann. Boah, übel. Er ist halt, er ist wirklich nicht schwer eigentlich. Ja, aber sowas, sowas zum Beispiel, ne, zweimal daneben schießen, ist halt auch einfach dumm. Da kann es halt nicht bringen. Hier geht es um Leben und Tod. Da kann sich daneben schießen. Also komm, der hat ja wohl gesessen. Was ist denn das für eine Hitbox? Hier, Pixel genau, oder wat? Man kann übertreiben, ne? So, das kannst du halt nur einmal machen, weil danach ist natürlich die Blume weg, ne? Aber dann hat er ja noch die Kristalle. Oh nein! So, das war gut. Das war gut. So, und wir haben noch beide Blumen. Das heißt, ich kann mich noch zweimal heilen. Ja, und so wie es aussieht, boah, ich das auch gleich direkt. So, das war gut. Junge, 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 Junge! Broad love you! Broad love you! Gib mir deinen Kristall da! Ey, das ist so mies! Ciao, Bitch! Der hat gesessen. Fatality! Junge! Befreie Taro! Huh! Ah! Nice! Befreie Taro! Benutze die Relikte, um Taro zu befreien. Mach ich! Jetzt haben wir alle drei. Geilo! Oh! Cool! Sehr cool! Und wir sind aufgestiegen. Wir können noch mehr Aktionen jetzt ausführen. Mhm. Egal. Die Rotze können mittlerweile richtig viel, ne? Aber gut. Ich kann es mir halt nur nie merken. Tom, hast du uns vergessen zu verlinken auf der Story? Nee. Eigentlich nicht. Äh, ich hab die allerdings heute mal, äh, als geplante Story gemacht. Meinst du, auf der die um 17 Uhr kamen, ne? Richtig? Nee, da wart ihr drauf. Da wart ihr drauf. Dann hat er das nicht richtig gemacht. Ah, das ist blöd, weil scheinbar macht er dann auch die... Hast du die einmal gelöscht zufällig? Nee. Ich hab die alte gelöscht. Ich hab die alte gelöscht. Äh, wenn du ein Business Account hast, dann kannst du die mit dem Business Manager, äh, planen. Allerdings bringt das natürlich nicht viel, wenn dann die Verlinkungen nicht klappen und so weiter. Das ist halt blöd. Und ich hab... Mir ist nämlich auch aufgefallen, das Swipe-Up geht nämlich, ging nämlich auch nicht. Weil ich habe eine Benachrichtigung bekommen, aber sehe die Story nicht. Hä? Nee, okay. Da muss ich nochmal drüber gucken. Also da stimmt was nicht. Damit, da muss ich dann tatsächlich... Nee, das müssen wir mal testen vielleicht. Naher mal. Oder morgen. Dann mach ich mal eine, die ein bisschen, äh, kürzer geplant ist. Also da ist auf jeden Fall ein Fehler dann. Das ist blöd. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Weil dann gehen die Hashtags vielleicht ja auch nicht. Weil ich hab's extra geplant gemacht, damit ich's diesmal nicht vergesse. Ja, ja, hat Swipe-Up, äh, hat schon mal funktioniert, aber es ist ewig her. Irgendwann, äh, haben die mal von diesem Business-Manager eine neue Version rausgebracht. Und zwar, ähm, irgendwann haben die mal die Facebook-Dinger mit Instagram vereint. Und dann geht das nicht mehr, weil das geht erst ab 1000 Abos. Ja, ja, früher war das mal, äh, jetzt, jetzt ist das so. Aber früher, wenn du vorher schon ein Business, äh, Account hattest, dann konntest du das auch vorher schon machen. Das mit den 1000 Abos, das ist später mal eingeführt worden. Und wenn du das aber vorher schon hattest, dann geht das jetzt auch noch. Also ich kann's auch, äh, aktivieren. Aber dann muss ich mal gucken, äh, warum das nicht funktioniert hat. Ach so, die nehmen das jetzt mit. Ja, dann kommt mal mit, ihr kleine Rötzis. Kommt, Rotze. Kommt. Rotze, hier vorne schon mal hin, bitte. So, hier bitte draufstellen. Kommt. Es regnet, bitte, ich werde nass. Ich möchte nicht so lange... Äh, wo sind die anderen? Ach da. Äh. Ach du Schande. Was ist das denn? Muss ich jetzt hier durch den kompletten Wald latschen? Was ist das denn für ein Witz? Äh. Hä? Hä? Äh? Ähä? Okay. Alles klar. Kannst du da auch Posts vorplanen? Ja, da habe ich zum Beispiel das Video, äh, das neue Video habe ich da auch mit vorgeplant. Mach ich. Mach ich, äh, mach ich. Äh, aber erst wollte ich hier eigentlich noch alles erkunden. Ich bin ja an allem vorbeigelaufen. Was soll dat denn? Ich habe jetzt hier ganz viel übersehen. Da müssen wir aber nochmal drüber reden, Leute, ne, das geht so nicht. Ne, 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 also, Moment mal hier, was ist denn jetzt hier alles noch so, aha, 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 ja, was ist hier? So, guck mal, eine Truhe, zack. Ja, ne, kann man nur mit dem Business, äh, Dingens machen. Das geht nur mit dem Business. Das ist dann auch eine separate App, mit der du das machen musst. Also, es geht nicht dann mit der Instagram App oder sowas, also, ähm, das ist separat davon. Äh, ja, es gibt, äh, gibt auch Anbieter, die das machen. Later zum Beispiel, heißt einer der Anbieter. Aber auch da brauchst du, äh, einen bestimmten Account-Typ für. Ich weiß jetzt nicht genau welchen. Ähm, aber, äh, guck mal bei Later, so heißt das Ding. Ne, kostet, glaube ich, ich glaube, man kann eine bestimmte Anzahl an Gratisdingens, kann man machen. Man kann aber nur einen, äh, einen Social-Media-Account verknüpfen. Das würde ja reichen, dann, wenn es nur Instagram sein soll. Ähm, und ich glaube, man kann pro Tag einen Beitrag kostenlos machen. Ich weiß aber nicht, ob Storys gehen oder nur Beiträge. Ich glaube, nur Beiträge. Da weiß ich nicht genau, aber guck mal, Later heißt das. Ist ein guter Anbieter, habe ich auch ganz lange benutzt für meine Fotografie. Da hatte ich dann auch so einen Premium-Account für mehrere Sachen. Ähm, und dann, aber, äh, ich habe das dann, also mit der Fotografie bei Instagram, habe ich dann halt nicht mehr benutzt. Okay, also, ich glaube, hier ist nichts mehr. Wir haben soweit alles abgegrast. Dann können wir wieder runter. Hoffe ich. Ja. Ich hoffe, äh, dass wir jetzt hier nichts übersehen haben. Das wäre sehr ärgerlich. Gut, ist ja, wir können ja sonst jederzeit zurück. Aber ihr wisst ja, wie akribisch ich bin, ne? Wir müssen alles gucken. Na gut. Ist das schon aktiviert, ja. Oh, nee, aber jetzt schwimmen will ich jetzt nicht die ganze Zeit. Dann gehen wir hier lang. Bam, 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 bam. Äh, das Coole ist bei Later, das hat mich nämlich, äh, das ist das Einzige, was mich nervt. Äh, das hat mich auch bei Instagram immer genervt. Du kannst deine Posts, ähm, am, am, äh, im Browser, ähm, planen, also auch am PC, ohne dass du da immer mit App, äh, Kacke und so machen musst. Und du kannst, äh, Templates erstellen für, äh, Hashtags und so weiter, die du dann verwenden kannst. Dann kannst du zum Beispiel sagen, was weiß ich, it takes two. Und dann macht er automatisch alle Hashtags und so weiter von, äh, die du halt mit diesem Spiel benutzen möchtest, da rein und solche Sachen. Und da musst du nicht immer jeden einzeln machen und bla und, äh, das ist nämlich echt nervig. Und du kannst damit auch direkt Leute markieren, also verlinken. Hä, wann, ach, das, wo ist das denn gewesen mit dem Ding? Boah, wir müssen hier auch noch super viel machen, ne? Guck mal hier, es fehlen noch drei Rotz, zwei Hüte, Blumenschrein, also wir sind noch lange nicht durch. Aber jetzt, äh, befreien wir erst mal Taros Geist. Der wartet ja sicherlich auch schon ein bisschen, ne? Warte mal, da ist doch hier so ein Ding in der Nähe. Wieso, wieso teleportieren wir uns da nicht hin? Wieso warpen wir nicht? Hier ist doch ein Warp-Schrein. Das machen wir. Wir warpen uns. So. Warp. Ja! Achso, ja, oder so. Das kannst du natürlich auch machen. Ja, stimmt. Ja, bei Android, das geht aber bei iOS bestimmt auch, da kannst du auch, äh, dir Schnellnotizen anlegen. Und kannst dann damit, äh, die Sachen auch entsprechend einfügen. Wo ist das denn? Ist das nicht hier der Baum? Das ist doch hier der Baum. Achso, achso. Ah, ja, 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 alles klar. So, Leute, jetzt, jetzt ist es soweit. Oh, jetzt kommt Taro's Geist. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Untertitelung des ZDF, 2020 Äh, Moment mal Der ist ja böse Äh, Junge, ich hab dich befreit Ach, verdorbener Taro 30% kostenlos Ja, aber pro Monat oder nicht? Pro Monat, also ich mein, das resetet sich jeden Monat Das reicht ja, dann hast du ja, äh, pro Tag ein Das reicht doch Äh, jetzt warte mal Junge, äh Hä? Warte mal Boah, der Range Ich will sein Schwert Ne, 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 nicht generell Also dann hätten, dann haben die den Tarif komplett geändert Aber das macht ja keinen Sinn Also gerade für so einen kleinen, der da pro Tag Also ich meine, das ist, äh, pro Monat Äh, der, der ist aber, äh, der hat ja, hier, der ist ja, äh, kacke Jetzt lass mich doch erstmal gucken, was du so kannst, Junge Warum können wir nicht Freunde sein Ich habe dich, ich habe dich befreit Hä? Also Jetzt nochmal das Ganze Jetzt ernsthaft? Ne, dann reden wir aber nochmal eben Hallo Genau Richtig Ja, ja, klar Haut ab Ihr Lappen Kann ich dort überspringen? Ja, okay Also darauf kann ich ja Ah, doch kann ich Okay, also Alter Das ist aber schon jetzt, äh, hier eine andere Nummer, ne Und Ich kann die Rotz noch nicht benutzen Weil die noch nicht voll sind Das ist ja voll gemein Das heißt, ich muss dem erstmal irgendwie so Schaden machen Boah Okay Ne, 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 warte mal Hör doch mal auf Hallo Wir sind Freunde Wusstest du es denn nicht? Hallo, weißt du denn nicht, dass wir Freunde sind? Hast du nicht gecheckt, ne, dass wir Freunde sind, oder? So Hat gecheckt jetzt, dass wir Freunde sind? Gut Also halt dich auch dran Wir sind jetzt Freunde Freunde Weißt du nicht, was Freunde sind? Der weiß nicht, was Freunde sind, Leute Das ist doch, äh Oh scheiße, meine Rotz sind nicht bereit Alter Sind wir hier bei Dark Souls oder Final Fantasy, oder was? Ja, wir können halt auch gerne zusammen machen, Simone Ich kann dir das zeigen Das ist eigentlich relativ Überschaubar So, okay Zack, zack, zack Zack, zack Boah, Mann, ich bin doch gedotscht Junge, beruhigen Sie sich Alter Der ist aber, Alter Ein bisschen auf Krawall gebürstet Der kleine Boy hier, ne Ja, ja Boah, der hat eine Range Ey, und der ist ja auch noch so schnell und wendig dabei Also ernsthaft jetzt Ah, okay Er kriegt mittelguten Schaden eigentlich Aber ich komm halt nicht dazu Hier wirklich Boah Ich kann überhaupt nicht richtig, äh Mut aufbauen Für die Viecher Das ist echt übel Und ich brauch die ja dann zwischendurch auch noch zum Heilen Alter Boy Könnt ihr nicht bitte die ganze Zeit einfach bei mir bleiben Können und nicht, äh Euch verstecken Aus dummer Feigheit Mann So, jetzt kommt gleich seine Jump-Attacke Also seine Jump-Attacke Jetzt Jawohl, alles klar Okay Oh, Junge Hör mal auf jetzt Okay Ja, ja, ja Beruhigen sie sich Komm Boah, ich dachte schon, ey Ich bin jetzt wirklich früh genug Ausgewichen Boah, sieht schon geil aus So ein Fuchs, ne Geiler wäre ja noch ein Wolf Ach komm, ich bin doch ausgewichen Nein Ich habe doch gedrückt Ich habe doch gedrückt Ich habe doch gedrückt Mann Ja, Dark Souls sieht sehr bunt aus Aber es fühlt sich tatsächlich so an Hallo Penny, grüß dich Ich glaube, es ist alles fein bei dir Junge, 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 Junge So, komm Bisschen geht aber jetzt Boah, die ist halber auch so lang Die Pfeile, ne Die bauen sich so langsam auf Das ist so gemein So, jetzt aber Und bam Junge Ach komm Ich kriege Ich kriege keinen Mut aufgebaut Ich muss mich heilen Boah, ist das fies Boah, ist der mies Boah, ist der mies Und der hat ja eigentlich ein Ein gutes, faires Muster Aber der ist halt stark Schnell Und Hat eine riesige Reichweite Das ist echt übel Und die Pfeile Die sind so langsam Kann ich hier nicht Event Nee, jetzt kann ich natürlich keine Upgrades machen Wäre auch ein bisschen easy, ne Fürchte ich Und dodgen Jawohl Alles klar Alter Das ist nicht Taro Das ist Kind Taro Ach komm Ey, was hat der denn für eine Reichweite Mann, hat der ein ordentliches Ding Junge, 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 Junge Alter Nee, nee, geht nicht Geht nicht Man muss halt einfach super schnell sein Aber jetzt kann ich Upgrades machen Wir haben relativ Das Problem ist Die Upgrades hier bringen mir im Prinzip Fast gar nichts Den könnte ich versuchen Da fehlt mir noch Dingens für Schild Bringt mir hier gar nichts Komm, wir nehmen den mächtigen Fall Der hilft mir Den können wir sowieso gebrauchen Also was soll's Also während ich X Okay, das ist dann jetzt Aha Boah, da dauert Aber das ist ja noch mehr Zeit Die dann drauf geht Und Mir gehen die Rottpfeile weg Oh nee Das bringt Das ist ja doof Das ist ja doof Das ist doof Ich hab echt gedacht Aber dann Das bringt uns ja nichts Weil wir ja die Rottkraft brauchen wir ja Um die Rott Auf seine Knospe da Hier Seinen Hoden da Zupacken Also wir können ja nicht noch jetzt Rottkraft verschwenden Indem wir Äh, noch ein Rottpfeil spannen Das geht ja gar nicht klar Das dauert ja so schon lang genug Bis wir Äh, Rottenergie hier tanken Oh Mann, ey Okay, nee Also das Das bringt nichts Schade Oh, Junge So, jetzt aber Komm Einmal auftanken Los Alles klar Oh, der hat eine Und Wir können Die Attacke jetzt auch nicht nochmal benutzen Weil Äh Das natürlich jetzt bei ihm verbraucht ist Das heißt also Ich muss Quasi Mit dem Rotthammer Okay, das macht ein paar Schaden Das macht aber Schaden Und er heilt sich zumindest Ja, genau Ja, klar Junge, beruhig dich Was denn Was denn mit dir los Aber sonst geht's dir gut Was denn mit ihm Ja Komm, einmal auf die Laterne Boah, ich kann Ich kann so schnell Nämlich mal das Gamepad rumreißen Nein Tu das nicht Ja, ja Ich hab auch Nahkampf Wir haben halt diesen Stab Und der Stab Dieser Dieser Spirit-Stab Der ist auch mein Bogen Also das Siehst du diesen Pfeil Den macht der quasi aus Äh Macht sie aus Energie Also wir machen alles mit dem Start Okay, alles klar Ja, das ganze Spiel ist Von der Mechanik Sehr, sehr toll gemacht Ist sehr geil Sieht sehr bunt aus Und Disney-Filmmäßig Und ist es zwischendurch auch Aber die Gegner sind echt anspruchs Äh Wenn du auch schwer spielst Weil sonst hast du nämlich Hier unten die Energie Die ich jetzt erst aufladen muss Die ist auf Äh Wenn du normal spielst Ist die halt da Also dann Äh Das geht nicht runter Aber Das ist ja doof Das ist ja langweilig Und deswegen spielen wir halt Äh Ein bisschen Super So Okay Das war eine gute Runde Das war ein guter Einstieg Das war gut Okay Und Wegdotschen Jawohl Alles klar Der war gut Der war gut Der war gut Das war ein guter Start Alter Diese Range Und das ist ja auch So eine Arena Also ich kann ja auch Nicht irgendwo hin Ich muss ja auch gucken Dass ich Äh In seinem Bereich bleibe Das ist ja auch noch Das Problem Ne Okay Jetzt kommt Phase 2 Glaube ich Schein Junge Was ist los mit dir Was stimmt denn nicht mit dir Alter Das ist ja Ist ja hier Äh Was soll ich denn da machen Ich muss mich heilen Ja das war's Alter Alter Äh Ich spiele auch schwer Wir haben den ja erhöht Ich hatte ja zuerst die Auswahl Hier auf Achso Demans Coco Achso Coco Okay Boah Okay Also nochmal Also Wir müssen Erst Also ihr seht das Also für die Die jetzt neu gucken Unten links Diese drei Kreise Die wir haben Das sind quasi unsere Rotz Das sind diese kleinen Viecher die wir haben Und die sind beim Kampf Haben die Angst Und verschwinden Und ich muss quasi Mut aufbauen Das heißt also Mit jedem Treffer Den ich mache Baue ich Mut auf Für die Viecher Und dann kommen die Erst wieder Und können mir dann helfen So und jetzt verschwinden die Natürlich wieder Das heißt ich muss jetzt erst Wieder Mut aufbauen Und dann kann ich erst Deren Fähigkeiten Benutzen Und vorher bin ich Komplett Äh Auf mich allein gestellt Und das ist echt übel Weil Der halt echt Power hat der Kerl Okay nächste Phase Alter Junge Was ist denn los Muss mich heilen Ohne Ohne Heal Ist jetzt vorbei Alter Alter Vielleicht brauche ich gleich auch erst mal einen neuen Kaffee Oder mal so Und jetzt hätte ich Bock Auf eine Pommes Currywurst Praktikantin Ja Hat wohl frei heute Schade Naja Ey das kann doch nicht sein Okay der war gut Komm du Kacklappen Ich versuche noch ein bisschen mehr Diesmal aufzubauen Wenn der eh gerade So weit weg ist In der Hoffnung Dass ich dann genug Zeit habe Ach fuck ey Das ist echt Gemein Äh Dass ich gleich für die nächste Phase quasi Direkt noch ein bisschen mehr Rotener Was Rotenergie habe Ja und ich hätte sie sogar gehabt Was soll ich denn da machen Was soll ich denn da machen Boah ist das übel Also Also Ich brauche mehr Energie So Zumindest ein bisschen So Zack So Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Komm Geh mal dein Laternchen Los So Okay Das blöde ist Ich muss jetzt Zwei Sachen machen Ich muss einmal die Rotattacke machen Aber wir brauchen auch den Heal Ja wir nehmen erst den Heal Nein Komm Oh okay Boah war das knapp Das müsste eigentlich jetzt extra Schaden geben Weil wenn er halt dieses Schwert in den Boden rammt Also zum einen ist er dann ja kurz gestunnt Und wenn das Schwert gelb ist Und wir darauf Schaden machen Dann kriegt er extra Schaden Ja bitte nicht Was Ach du bist doch ein Fickboy Du bist doch ein Hoden Nein Ach komm Mach doch die scheiß Attacke Ach das ist doch blöd Jetzt hat er die nicht gemacht Die Ach man Oh Boah der hat aber eine Power Boah Alter 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 Also seid mir Nicht böse Wenn ich gerade kurz Nicht so Auf den Chat eingehe Aber ich bin da echt dann voll im Muss mich da ein bisschen drauf konzentrieren Sonst Ist übel Also nicht Nicht böse sein Ich hole es dann nach Komm schon Boah Erinnert mich bitte dran Dass ich auf jeden Fall Bei solchen Sachen auch Die Sounds rausnehme Das irritiert total Hallo Dennis Ich hoffe du hattest einen wunderbaren Tag Herr Heisenberg Bis jetzt läuft es nicht schlecht Und wir können noch Rotenergie aufbauen Ein bisschen Okay Es kommt nächste Phase Oh nein 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 Die Das wollte ich so gerne mit als Schaden nehmen Aber ich kann kurz auftanken Weil wir diesmal noch mehr Rotenergie hatten Das ist gut Und die Laterne ist draußen Das heißt ich kann noch ein bisschen extra Schaden machen Also der darf mich nicht in seine Krallen kriegen Das ist nämlich echt verheerend Ach komm Wie bitte Ich stand ganz am Ende Wie hat er das denn bitte gemacht Wie hat er das bitte gemacht Du willst mich doch verarschen Nein 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 Boah ist das Ist der fies Ey Oh Mann 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 Und er ist ja wirklich machbar Er ist ja wirklich machbar Der Tag war ja noch nicht um Tombowolf Das stimmt Bin doch auf Ach du bist noch auf der Arbeit Ach du Scheiße Das ist ja nicht so geil Ne Bin wohl noch bis Mitternacht hier Oh das ist kacke Ich bestelle einen Controller Was Ich bestelle einen Controller Hä Wie ich bestelle einen Controller Hä Was für einen Controller Deiner fliegt bestimmt doch gleich Nein 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 Der fliegt nicht Nein 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 Ne Ich bin ja gar nicht So im Rage Mode Also ich bin halt wirklich einfach nur Komplett konzentriert Und ihr Also man sieht ja Der Boss hat ja ein gutes Muster Ne Der hat ja ein schönes Angriffskampfmuster Und so Man kann ihn ja gut machen Aber es ist halt echt schwer Hallo Vanessalein Ich hoffe du hattest einen wunderbaren Tag Und was mir halt ein bisschen das Genick bricht Ist einfach Dass wir so lange brauchen Um die Pfeilenergie aufzubauen Damit wir auf Range auch ein bisschen Mut aufbauen können Das ist halt das Fiese Ansonsten Ist der wirklich fair Also ne Ist jetzt ja nicht irgendwie so ein Boss Den man nicht gut bewerkstelligen könnte Oder sowas Also so ist ja nicht Man kann ihn schön dodgen Man kann Wie gesagt Der hat ein schönes Kampfmuster Bewegungsmuster So ist jetzt nicht Aber die Pfeile brauchen lange Und wenn er dich dann einmal hat Dann macht er halt Schaden Das ist halt nicht feierlich So und jetzt Das können wir nutzen Während der gestunt ist Während das Schwert drin ist Um schön Kraft aufzubauen So und jetzt geht er ja auch dann in die nächste Phase Also wir haben theoretisch ja auch zweimal heilen Das Blöde ist nur Ich brauche halt die Energie Die Rot-Energie Damit ich Die auch einsetzen kann Sonst kann ich zum Beispiel nicht Die Dingens machen Den 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 Sturmangriff da Mit dem Schwert Das ist das Problem Oh nein Ja das war's Fuck it Ja jetzt muss ich mich erst heilen Ich hoffe ich schaff's Boah Ist der mies Boah Junge Ey Und Das hier zum Beispiel Ich komme halt auch an seinen 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 Energiesteinen Nur dran Mit dem Pfeil Also da kann ich mit dem Nahkampf Nichts machen Junge Ich habe noch einen Millimeter Energie Also eigentlich bin ich Ich kämpfe gerade quasi tot Schon Da brauche ich nur anhusten Komm einmal heilen Ja Scheiße Fuck it Ach Fuck it Ich lebe noch Wie habe ich das Wieso lebe ich noch Wie habe ich das gemacht Der hat mich lieb Oh Na komm schon Eine Attacke brauche ich nur noch machen Ach Fuck Boah Wieso habe ich das überlebt Wie habe ich das Wieso habe ich das überlebt Es wäre noch ein Rod Angriff gewesen Dann hätte ich ihn gehabt Scheiße Okay 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 Muscle Memory ist am Start Oh ich glaube ich habe auch Amazon verpasst Ich habe noch Amazon sollte heute noch kommen Das hat bestimmt hier geklingelt Ich habe hier einfach nicht gehört Komm du kleiner verdorbener Rott Komm einen noch Einen noch So Ach komm wieso Zeig mir deinen Penis Ich möchte deinen Penis hauen Boah jetzt ein bisschen Energie aufbauen Ach schade So jetzt kommt natürlich seine Kackphase Boah übel Echo Wo ist mein Paket Ein Paket aus Thomas Bestellung Wurde zugestellt Enthält LED Pointer Und die CF Lighting Mit supernail RGB Ein Paket sollte Voraussichtlich Morgen zugestellt werden Enthält Symphony Was für ein Teil Symphony Geil ich habe Symphony bestellt Was ist denn Symphony Junge Ich möchte deinen Penis hauen Ja ich möchte ihn ja auch hauen So also Oh man 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 Vielleicht brauche ich gleich tatsächlich kurz mal einen Kaffee Kann ja sein Kann ja sein Ja wie es ihm jetzt einfach mal gar keinen Schaden gemacht hat Genau Ne 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 muss ja nicht Einfach mal gar keinen Schaden kriegen Ach Schaden Ne warum Schaden kriegen Ist doch mir egal Ich bin der Rottie Ich brauche keinen Schaden Power Rottie Karottie Arschloch ey Nein Okay Ich mache mir kurz einen Kaffee Ich brauche Ich Wir machen Wir machen kurz Pause Ich brauche einen Kaffee Ansonsten Äh Boah Kurz Einmal So Jetzt aber Ein Schluck Kaffee ist drin Hätte dich auf 40 plus geschätzt Simone Ja Kommt hin Kommt hin Simone ist 40 plus Ist richtig 6,5 Jetzt tue sie dir aber unrecht Achso Typhoon Ja das kann ich nicht beurteilen Ich habe Typhoon noch nie gesehen Obwohl doch Ich glaube auf Jennys Instagram Profil Da ist Typhoon Ja stimmt Er sieht aus wie 6 Keine Ahnung was die Jenny an dem findet War nur Spaß Wie soll Ich bin doch gedodged Komm du Kacklappen Okay er bereitet die nächste Phase vor Weißt du was Hier Gib auf die Fresse Asshole Motherfucker Ja aber auch für mich wohl eher Oh Mann Ich bin schüchtern Ja aber das eigentlich ist es wirklich traurig Dass ihr beiden noch nicht im Vorstellungskanal seid Ihr seid auch jetzt schon so lange mittlerweile hierbei Das ist echt traurig Ihr könnt doch ruhig mal ein paar Nudes rein Kloppen von euch Ich habe hier immer so eine große Klappe mit so Sex Sachen Ja aber Hier Brüste und Penisse Von euch habe ich kenne ihn noch gar nicht Haben die anderen auch gemacht Naja Junge was willst du denn von mir Hau ab du Kackboy Ich habe überhaupt keinen Bock auf die Du rief nach Kastanien Suppe Nein Lass mich Oh warte mal Jetzt ist er da Jetzt müssen wir aber auch Nein Auf mein Gehör hier So hier Zack Aua Warum das denn Ach komm Nee Also die Runde Kann man direkt knicken Die war ja Dieter voll für den Arsch Das ist ja die Kackrunde der Tschechoslowakei Ja Ja Warte Er riecht nach Wach Kastanien Suppe Kastanien Suppe Du hast meinen Penis doch eh schon gesehen Ja deinen Deinen Ja deinen Also vom Wolfsrudel kenne ich eigentlich so gut wie jeden Penis Und auch so ziemlich alle Brüste Aber hier Also Wolfsrudel 2.0 Na eigentlich 3.0 Nicht Er riecht nach Ach hab ich nicht so gehört Tja Kastanien Suppe Jackie Kastanien Suppe Weil er ja ein Waldbewohner ist auch Und äh So ein kleiner Fuchs weißt du Das ist ja ein Fuchs Aua Und dann auch immer in den Rücken Okay der war gut Das hat ihn beeindruckt Da haben wir ihm gezeigt Hier wo der Hammer hängt Oder der Stab Aua 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 Mehr mal wie Ich mein der Kanal ist nicht umsonst Für Erwachsene Das ist nun mal so hier Es ist ein Erotik Kanal Mit mal mehr mal weniger anspruchsvoller Erotik Ne Es ist auch einfach manchmal sehr plump Es ist wie es ist Aber man kann sich hier austoben Aber man kann sich hier austoben Also ich Hier nicht Aber ich schon Ihr dürft hier bei weitem nicht machen Was ihr wollt Zum Beispiel kein Backseat Gaming Aua Nein Ja geil Einfach mal komplett verschwendeter Angriff Ich bin früh reif Also morgens schon Oder was Er ist meistens sehr plump Plump Ach guck mal Da muss die Vanessa sogar stottern Plump 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 Es ist Nach Leicht nachvollziehbar So will ich es mal ausdrücken Ich werde hektisch Weil ich angegriffen wurde Ich habe überhaupt nichts gemacht Weder verbal noch sonst was Ja Mach hier nicht so eine Show Ey du Kacklappen Und jetzt drauf Ach man Oh Wir brauchen dringend Rot Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen Der macht ja dann da noch Hier Dinge entziehende Verheerungen Säusel Hallo Mein lieber German Tafu Und ich hoffe du hast Einen schönen Abend Frag nach dem Kampf nochmal bitte Mibi Wovat Wovum geht es Wat Wat war Was Sind das überhaupt Stacheln Oder ist das Gras Was zum Rauchen Bitte sehr Herr Eisenberg Ja jetzt Weißt du Der ruht sich da schön Die ganze Zeit auf Dann will ich hingehen Und dann auf einmal Teilt der aus Aber wie ist der Doof Oder was Der spielt aber auch Nicht nach den Regeln Stirb Also stirb Macht er noch nicht Aber wir können Sie ihm ja schon mal raten Wir können ihm ja schon mal raten Dass es sterben Soll Oh Eigentlich müsste ich mich jetzt heilen Das war dumm Ich hätte mich erst heilen sollen Das war nicht klug Ja ja Ich muss noch mal probieren Aber es wird nichts bringen Ob mein Schild Mir hilft Aber ich glaube Nicht bei dem Boss Bei den großen Bossen Hat der nie Wirklich Schaden absorbiert Und man konnte auch nicht Kontern Ja doch Ein bisschen Bringt es schon Oh warte mal Aber zumindest Könnten wir das nutzen Um Mut aufzubauen Vielleicht Oh doch Tatsächlich Es bringt was Es bringt was Okay Okay Ja ein bisschen Nicht viel Okay Moment Das Das Merke ich mir Dass ich das aber auch nie anwende Weil ich immer denke Irgendwie Ja komm Der haut da sowieso seinen Schaden Komplett durch Eigentlich ist es voll dumm So zu denken Eigentlich ist es echt dumm Gebe ich zu So und jetzt können wir nämlich Draufhauen Und Mut aufbauen Warum habe ich das so vorher nicht gemacht Das ist ja viel einfacher Ja genau Ja genau Ja gut Okay Es hält halt nicht lange Es hält halt nicht lange Aber Es war gut Ja ich sitze doch gerade Ich muss ja auch mich konzentrieren Jetzt reden die hier schon wieder über Essen Ihr habt aber auch so eine leicht sadistische Ader Ne Wiegegenüber muss ich mal feststellen Also gut das ist jetzt nichts Neues Ja dann komm Dann komm Ja los komm Wir machen das anders Genau so machen wir das jetzt Du kleiner Kackboy Da hast du gedacht ne Oh äh Okay Da war ich wohl noch nicht wieder voll genug Schade Na ja Hä wo ist er Oh Das war knapp Das war knapp Okay das war gut Das klappt Das klappt Das klappt Ich muss mich jetzt gleich nur mal heilen Aber Tendenziell Funktioniert das Ich weiß nur nicht ob das in der zweiten Phase auch noch so geil funktioniert Mein toller Plan Aber Äh Ja Hier hat es jetzt erstmal funktioniert Alles klar Okay Alles klar Alles klar Alles klar Blocken Junge Blocken Blocken ist gut Blocken hilft Blocken funktioniert Okay Okay ist nice Funktioniert tatsächlich Man darf es halt nicht übertreiben Ne Aber Grundsätzlich Funktioniert es Und wir kommen dadurch natürlich in der Rang Das ist gut Aber wenn der so richtig raushaut Dann ist es aber auch nicht feierlich Ne Aber wenn wir es wirklich nur ab und zu mal einsetzen Nur um mal so ein bisschen kurz Mut aufzubauen Dann funktioniert es Oh Jojojo Okay Oh scheiße 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 Ja Aber auch nicht immer Alter Okay Boah Übel Leute Boah Na gut Next try Scheiße Scheiße Maschallah Was für ein Hübscher So und jetzt können wir nämlich schön Dinge aufbauen Ich gehe jetzt schlafen Gute Nacht An alle Lisa leihen Dir auch eine gute Nacht Schlaf gut Und eine Schöne Träumerei Würde ich dir Schön dass du noch so lange mit dabei warst Ach komm So und jetzt müssen wir uns aber gleich mal ein bisschen heilen Boah das ist echt übel Boah ist das gemein Ey das ist gemein Das ist nicht nett Ja gut ich sage Das ist der Stage Boss Ne Hat der jetzt natürlich hier uns nicht mit Bonbons bewirbt Ist ja klar Da muss ja auch ein bisschen was können und aushalten und austeilen Ist halt so ärgerlich weil wir ihn schon fast hatten Zweimal given Ja gut Dein Ich gehe jetzt noch ein paar Ich gehe jetzt noch ein paar weiter Ich gehe jetzt noch ein paar Ich gehe jetzt hier Und ich gehe jetzt noch ein paar Aua, ich hab doch Ah, das ist doch doof, ich habe gedrückt Und dann möchte ich auch, dass es ausgeführt wird Bitteschön, ja, also Gott, und jetzt macht ihr hierhin ja diesen Klumpatsch rein Oh, wir müssen uns heilen Wir müssen uns dringend heilen Boah, das ist übel Oh, komm noch ein bisschen Ein bisschen noch Dass wir uns einmal heilen können Bitte Nein, oh Mann Das ist doch einfach so richtig gemein Das ist einfach voll wie Moment So Bisschen Clickbait Ja, ja, klar Steht auf easy Natürlich Herr Heisenberg Bitte Sie Dass wir hier irgendwas auf easy spielen Wieso hat die das hier nicht so außer, äh, Fasson gebracht Ja, geil, ey Voll die Verschwendung Jetzt haben wir einmal schön Äh, unsere Dings verschwendet Das ist halt doof, ne? Also wir dürfen auf keinen Fall unsere Rotze verschwenden Jetzt haben wir mal ein Problem Und jetzt muss ich dringend heilen Sonst haben wir noch ein Problem Das sind wir nämlich tot Ich habe gedrückt Komm schon Ich brauche nur mal ein Heel, bitte Oh, jetzt sind die Pfeile nicht ready Oh nein, was kommt? Ich kann nicht gucken Es tut mir leid Was auch immer gerade passiert Ich sehe es nicht Es ist nicht böse gemeint Aber ich sehe es nicht Ich bin tot Vielen Dank, äh, Taifileinchen Für Äh 50 Jahre 50 Jahre, äh 50 Jahre, äh ZDF Vielen, vielen lieben Dank Taifun Für dein Resub Dankeschön Ganz viel Liebe Gehend raus an euch beide So, jetzt müssen wir erst wieder Pfeile Sammeln Verpiss dich, du Kastanienboy Ruhe Weg hier Hau ab Nein Ja, hast du nicht mitgerechnet, ne? Scheiße Damit habe ich nicht gerechnet Da haben wir wohl beide Mit was nicht gerechnet Könnten Freunde sein Aber du willst ja nicht Du willst ja lieber hier Stunk machen Warte kurz Ich muss mich mal heilen Neneen, neen, 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 neen Diesmal heile ich mich erst mal kleiner kumpel so nicht blöder ich glaube das ist so ein typ der auch so tarot karten legt bis da lustig nicht wahr ja genau nein ich habe das ist doch scheiße ich habe noch den den kackhammer gezündet ja genau und trotzdem kann er jetzt hier und was und überhaupt ne wir brauchen hier wir brauchen hier kommen wo ist hier wo ist hier wo ist hier oh nein ja klar fatality oder was du bist so ein arsehole wie warum diese opfer warum wie was nee vielleicht wenn ich noch eine schwierigkeitsstufe höher gehen dann sind wir auf der letzten stufe vielleicht ist es dann besser na gut dass ich auch paar mal daneben schieße kann ich mir ja leiften okay okay die runde fängt gut an zumindest die fängt sehr gut an der verheißungsvoll wir müssen einfach nur ein bisschen locker bleiben verstehst du ein bisschen locker bleiben so ein bisschen locker hier und wir müssen auch locker bleiben einfach mal locker bleiben einfach mal locker bleiben was 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 mache ich hier hallo junge was ist denn los mit dir jetzt beruhige dich doch mal du bist ja schwere kindheit schwere kindheit die hatten wir alle noch mal locker Was ist das? 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 Alter, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Was ist das? Alter, oh Mann! Alter! Junge, Junge! Jetzt beruhige dich doch mal! Das ist doch nicht wahr, ey! Alter! Es ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Hey Zama! Ey, das ist aber auch mies, ne, wenn der so hinter einem ist, äh, dann ist er doch so, 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 so. Keine Ahnung. Wieso hat ihn das jetzt zum Beispiel nicht abgezogen? Das ist doch scheiße. Und ich habe geblockt. Ah, das ist irgendwie, äh, ich glaube, das ist gar nicht meine Schuld, das ist der Controller. Das ist es mir nicht. Kannst du bitte einfach, äh, mich in Ruhe lassen? Ich möchte nichts mit dir zu tun haben! Ja, das Spiel hat sich ja auch gegen mich verschworen. Äh, beim nächsten Mal Timeout halbe Stunde, bitte. Ja, das stimmt, immerhin seid ihr nicht schuld. So. Aber ich kann sogar noch was im Chat lesen. Gut, ne? Das ist doch... Das ist doch eine Kacknuss, ey! Och Mann! Und nebenbei, äh, habe ich auch noch hier ein, äh, Aquarium, äh, mache ich gerade so. Ich war zu schnell. Äh, womit war ich zu schnell? Ne, ihr habt gar nichts gemacht. Es war überhaupt keiner da, der irgendwas gemacht hat. Fünf Minuten später ist, äh, ne? Ne, ne, das ist ja, das setzt mich ja noch mehr unter Druck, Herr Heisenberg. Ach komm, du Kacklappen! Alter! Das ist doch... Wann ist das so mies, weil jetzt brauche ich wieder Heal, den ich eigentlich gleich viel besser gebrauchen könnte. Oh, bitte! Ah, bitte! Ah, bitte! Ah, bitte! Aber guck mal, wir haben jetzt schon in der ersten Phase haben wir ihn schon viel weiter runter diesmal Was soll ich denn da machen? Ich kann ja nicht mal atmen Ich wünsche euch eine gute Nacht und schlaf gut und bis morgen Ja, Coco, dir auch Schlaf gut, Coco, bis morgen Schlaf gut, bis morgen Okay So, jetzt haben wir gleich noch den anderen Taro-Angriff für seine lila Hoden Das ist schon mal sehr, sehr guuuuut So, jetzt nämlich So und jetzt versuche ich gleich mal ein bisschen auf viel zu gehen Schade, ich habe gedacht, dass wir ihm auch noch einen mitgeben Oh ne, scheiße Mann Ey, was hat die Vanessa denn da für'n für'n Teil für'n Teil Hätt'n nicht viel verpasst Hätt'n nicht viel verpasst Boah, Jackie, ey Dein Popo hat gleich Kirmes Und zwar von innen Achso Ihr macht bei Zeit für'n Spielchen Äh, hier bei Vorhersehung Ah Mann, ich hab doch extra jetzt gekontert So, der hat aber jetzt reingehauen Und jetzt auf den Klöten Tack Ey So, da hab' ich dann Schmuckkästchen ausgeräumt Du Sack Himmel Pennau Scheiße Da war Das war dumm Das war übermütig Das war übermütig Ich krieg' überhaupt nicht mit Was ihr da gerade alles schreibt Hallo Remilein Ich hab' überhaupt keinen Plan Was da im Chat gerade alles abgeht Worüber schreibt ihr da Was passiert da Was macht ihr Das ist gerade so ein Paralleluniversum Der Chat irgendwie Ich check' das gar nicht Ich lass' mich nicht unter Druck setzen Aber vielleicht ein bisschen Boah, das war knapp Oh, oh Scheiße Lass' ihn raus, den Tiger Zeig ihnen, dass du es kannst Denk Kellogg's Frost Die schmecken sooo Die wecken den Tiger in dir Und dir Das ist einfach so unfair Wenn der diese Kackattacke macht Da hast du einfach keine Chance Heal, heal, heal Ich brauch' heal Wieso hat dem das jetzt so gut wie nichts abgezogen Es ist so unfair Das kann nicht sein Es ist so Boah, das ist so mies Das ist so mies Einfach nur Habt ihr das gesehen? So wenig hat er nur bekommen So So wenig So wie so eine Ameise Hier, guck mal wie fest ich auf meinen Finger drücke Seht ihr das? Nur ein Kacklappen, ey Mila Hau jetzt bloß ab Du bist klitschnass Wehe, du kommst jetzt hier hin Und machst irgendwas am Schreibtisch Dann kommst du ins Tierheim Nein Oh, warte mal Äh Ich, äh Hallo Ich hab eventuell ein Problem Äh Ja Ähm Hallo Ja, ich hab den Geheimraum des Todes gefunden Schön Ich hätte es genau in dieser Runde Hätte ich es nämlich geschafft Das hatte ich genau im Gefühl Ich hätte es sofort geschafft Ich hab den Geheimraum des Todes gefunden Ich habe den Geheimraum des Todes gefunden Ich hab den Geheimraum des Todes gefunden Jetzt lasst uns doch Freunde sein. Komm. Freunde. Verstehst du nicht, was das ist, ne? Freunde. Freundschaft und so. Einfach mal Freundschaft. Junge. Ist ja auch nicht so schwer. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. So, Fickboy. Das gibt's mal ein bisschen aufs Maul hier. Ein bisschen mit System. Ah, siehst du nix, ne? Komm, du kleiner Tarot-Karten-Lega, ja. Das giltet nicht. Nein! Das giltet nicht. Nein, das giltet nicht, bitte. Bitte nicht. Kann ich jetzt mal kurz heilen? Können wir kurz so machen, dass ich mich kurz heilen kann? Warte mal, Spiel, stopp! Nein, das darfst du nicht! Nein, das ist... Ich hab das gelesen, Nipi. Ich hab das genau gelesen, was du da geschrieben hast. Ich hab's genau gelesen. Aber was meint ihr, wie die Freude gleich groß ist, wenn wir es geschafft haben? Also, wenn... Ich habe geb... Der will mich doch verarschen. Ey, Leute, ich habe geblockt ohne Scheiß. Ich bin doch nicht zu blöd zum Blocken. Ich weiß ja, ich brauche... Das ist nur eine Taste. Hier, zack! Hab ich gemacht. Hat er ignoriert. Der Controller ist kaputt. Der ist scheiße. Das ist ein Scheiß-Controller. Xbox-Controller ist ein Scheiße. Bestimmt wegen diesem Gummi hier. Ich kaufe mir hier so ein... Für 400 Euro so ein... So ein... SCUF-High-Tech... Äh... LED-Raggy-Daggy-Controller. Ne, der Controller ist sehr geil. Ich bin halt nicht geil. Das ist das Problem. Ey, das ist jetzt aber scheiße. Ich habe wirklich gedrückt. Aber das ist doch Rotze. Ich habe mir extra voll die geile Taktik jetzt hier hingelegt. Das ist doch scheiße. Das... Das Spiel ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Wie vielte Runde ist jetzt? Dritter Versuch insgesamt schon, oder? Ich wollte unter 10 versuchen bleiben. Ist jetzt... Also jetzt kommt Versuch 4. Okay, alles klar. Und wenn Jaxi fragt, First Try, okay? Nein, ist kein Mimimi. Aber das ist einfach unfair. Also wenn Jaxi fragt, First Try. Ich verlasse mich auf dich, Remy. Und bei Bösches gilt natürlich die gleiche Regelung, ne? Weil die verraten das ja sonst sofort. Ja klar. Und trotzdem kann er seine Schwertattacke ausführen. Obwohl ich ihn angegriffen habe, ne? Ist ja auch unfair. Wenn er mich attackiert, dann kann ich auch keine Attacke ausführen. Man muss auch für beide Seiten gelten beim Wrestling. Und nicht nur für eine. Ja, nicht einer kann machen, was er will. Und der andere muss gucken. Bist du ein Lappen, ey. So, jetzt brauche ich auch mal wirklich ein bisschen hier. Ich brauche hier, habe ich gesagt. Vanessa, ich lese das. Du wirst dich nicht mir widersetzen. Ich bin dein Chef für deine undankbar schlecht bezahlte, gar nicht bezahlte Arbeit hier. Ich habe Herz. Ich habe Puls. Ich habe Puls. Und jetzt habe ich mir die Tasse von Zahn gehauen. Zum Glück war meine Lippe nicht dazwischen. Zeigt nicht mit dem Finger auf mich, Fräulein. Hier, wie feste ich die Knöpfe reindrücke. Siehst du, da ist schon eine coole. Hier, Nippel. Puls. Puls. Meine Mords sind meine Sklaven. Meine Sexsklaven. Herr Bösch ist übrigens mit einer der Besten, würde ich sagen. Ja, einfach mal gar keinen Schaden gemacht. Na klar. Kann man ja mal lassen. Wofür auch Schaden machen. Das ist doch, das ist doch albern. Das ist doch einfach nur albern. Jetzt kriege ich aber die Pimpernellen hier, ne? Remi, willst du hier eine Revolte anzetteln, oder was? Das läuft nicht. Aber. Die ist schon in Planung. Nee. Die Vanessa, die bringt mir hier zu viel Unruhe in die Bude, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, ne? Mit der. Die ist, äh. Haha. Ja! Ach, du bist doch ein Cut-Lappen-Boy, Arsch, Musehautkrampe, Hautlappenentferner, das ist doch hier, äh, Hutmausewagenfrau, Maushutmannfrau. Haha, drübergesprungen! Ja, genau, ja, genau. Haha, ich bin drübergesprungen, ich habe Seilspringen gemacht, du Penner, Pech gehabt. Alter, das ist doch nicht normal! Ach komm, das ist doch scheiße, das ist doch scheiße, da kann ich auch hier genauso gut, äh, da weiß ich nicht. Da kann ich, kann ich auch, äh, da kann ich auch, äh, hier, Horizon gegen diesen Cut-Boss da spielen, ey. Macht eigentlich jemand Clips, was willst du denn hier clippen, es gibt nix zu clippen. Was für Clips denn? Ist ja, ist ja nix, hier ist ja nix. Clippen, clippen, ich spring gleich von den Clippen. Clips, ey. Die tolle Clips aufmacht! Wow, das hat ja richtig Schaden gemacht. Wow! Mann, hast du Schaden bekommen, Junge, das ist ja überhaupt nie unfair. Wahnsinn, was du Schaden bekommst hier. Drei Millimeter. Aua! Today. Wie da ist es zu? Wash and go. Hey, come on! Ach, come on, du! Wie, wie soll, wie, warum? Wand, kaputt, tot. Ich nix machen können. Dann nicht gehen. Nix. Nix. Kommt mir bekannt vor, der Boss, den habe ich, glaube ich, schon mal versucht. Da ist schon ein bisschen was her. Ich weiß gar nicht mehr, wie der geht, aber ich, aber der kommt mir bekannt vor. Also, ob ich hier schon mal gewesen bin. Das ist eine ganz komische Situation. Wie so, wie so alte Bekannte quasi, weißt du? Kennt ihr das auch so déjà vu-mäßig so? Kennt ihr das Gefühl? So, so habe ich das gerade so ein bisschen. Das ist ganz komisch. Das ist ganz seltsam. Das ist ganz seltsam. Irgendwie, glaube ich, den Boss hier schon mal gesehen hätte. Auch die Bäume, der Wald. Alles. Nur, dass er richtig scheiße ist. So ein richtiger Asshole, Motherfucker. So, bitte Heilung, Heilung, Heilung. Ich habe noch ungefähr einen Hauch Leben. So ein Müh, so ein Spaghetti-mäßig. Ich muss alles auf eine Karte setzen, Leute. Nein! Ich hätte ihn gehabt, seht ihr das? Ich habe noch eine Karte setzen, Leute, Heilung, Heilung. Zu viel. Ja, die helft mir ja. Also nochmal, um euch das kurz zu erklären. Im Kampf verschwinden die. Die machen mir Spezialangriffe überhaupt möglich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ihr seht das hier. Ja, das kann ich jetzt hier nicht, weil wir keine Feinde sind. Unten rechts habe ich gleich drei, unten links habe ich gleich drei so leere Kringel. Und ich muss quasi Mut sammeln. Das mache ich immer, wenn ich einen Gegner treffe. Und dann füllen sich die Kreise auf. Und immer wenn ein Kreis voll ist, kann ich einen Rottangriff machen. So, jetzt hauen die ab, weil die Schiss haben. Jetzt habe ich unten links die Kringel. Und mit jedem Hit, siehst du das, kommt halt was dazu. Und dadurch kann ich dann die Rott quasi um Hilfe bitten. Und die machen dann, ja, dadurch kann ich dann meine Spezialangriffe machen. Aber das dauert halt. Das ist das Problem. Und ich muss mir auch genau überlegen, wann ich was benutze. Also jetzt habe ich zum Beispiel extra, ich hätte jetzt einen anderen Rottangriff machen können, der quasi hinten auf seine Blase geht. Was ich jetzt extra nicht gemacht habe, weil ich mir das gerne jetzt hier für die zweite Phase aufbewahren möchte. Damit ich ihm hier jetzt nochmal ordentlich Schaden gebe oder heilen kann. Weil das Problem ist, ich kann auch nur heilen quasi. Ich kann mich hier zweimal heilen an diesen Pflanzen da quasi. Und das geht aber auch nur, wenn ich so ein Rottdingen voll habe. So wie jetzt zum Beispiel. So. Oh, und das ist so mies. Weil der mich einfach dann so instant runterdrückt. Das ist einfach so mies. Wo ist er denn jetzt? Scheiße, da. Ach, ja, das war's. Scheiße. Oh, da noch nicht. Wow. Ich bin beeindruckt. Ja, dann war es das jetzt. Fuck you. Fuck you. Und die Bogenschüsse müssen ich natürlich auch noch aufladen, ne? Hast du die Möglichkeit, deinen Spezialangriff zu canceln? Nein. Wenn der einmal getriggert ist, dann wird der zu Ende ausgeführt. Ja. Übel. Okay. Aber wir haben es so ausgesucht. Wir spielen ja auch nicht umsonst auf schwer. Es ist halt nun mal so. Also muss man halt ein bisschen knacken. Dafür, ne? Ich meine, er ist ja wirklich fair. Also er hat ein faires Bewegungsmuster, anderes Muster. Wir waren ja schon echt kurz davor. Aber, ne? Das ist das halt. So, und jetzt nutzen wir das hier zum Beispiel, um im Nahkampf direkt ein bisschen mehr Mut aufzubauen. Oder auch zum Beispiel die Attacke auf diesen goldenen Teil. Das geht halt nur mit dem Bogen. So, jetzt habe ich es, ne? Wieder. Oh, boah. Da war aber jetzt Glück, dass mein Schild fertig war. Boah, der hat auch so eine Range, ey. Der ist echt bitter. Aber er ist machbar. Also er ist fair. Wir hatten ihn ja auch schon dreimal fast. Also es ist jetzt nicht, dass das Spiel unfair wäre oder so. Das ist halt das Coole daran. Also so ist es jetzt ja nicht. Okay, jetzt machen wir das. Ja, jetzt gehen wir in die nächste Phase rüber. Und jetzt kommt seine fette Kackattacke. Ja, und das ist jetzt bitter, weil jetzt muss ich mich schnell heilen, wenn ich es denn schaffe. Oh, bitte, 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 bitte. Uh, das war knapp. Und er darf uns halt nicht mit dieser scheiß Dingens bekommen, weil dann macht er instantiert diesen scheiß Fatality Move. Und zieht uns super viel direkt ab. Boah, fuck you. Oh, Junge. Was? Hallo? Bitte, bitte, bitte. Ja! Was, was, was? Anna hat ihn? Oh mein Gott, Anna, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Anna. Ich auch. Äh, was ist jetzt? Wieso geht mein Controller nicht mehr? Wieso mein Controller geht nicht mehr? Ich glaube, der ist ausgegangen. Nein, der Akku vom Controller ist leer. Ist das jetzt dann scheiße, Hans? Der Akku vom Controller ist leer. Hallo? Schnell mit WASD hinlaufen, ist mir scheißegal. Was? Anna hat ihn. Okay. Nice, Anna. Anna, äh, und was passiert jetzt? Sehr nice, Anna. Sehr, sehr cool. Äh, was, was machen wir jetzt? Was, was, was muss ich jetzt machen? Äh. Hä? Muss ich den jetzt hauen, oder? Hä? Was muss ich machen jetzt? Was muss ich machen, bitte? Ey, sag mir nicht, dass hier irgendwas verbuggt ist, ne? Dann kacke ich aber in den Wald. Ey, dann kacke ich aber jetzt in den Wald. Ah, jetzt geht mein Controller wieder. Was ist das jetzt? Ach, bin ich doof. Da habe ich überhaupt nicht dran, weil auf der Tastatur habe ich das noch nie benutzt mit dem Spezialangriff. Okay. Oh. Alter, mein Herz. Boah, ist dieses Spiel gut? Ist dieses Spiel einfach gut, oder was? Alter, ist dieses Spiel der Hammer. Ich, ich, äh, ohne Witz, wann, wann habe ich denn zuletzt so ein geiles Spiel gespielt? Puh. Wir haben dich befreit. Taro. Alter. Spirats des Zwerdes. Geh mit unseren Menschen. Geh sie auf ihren Reisen zur Mautenstrecke. Food was running low Everyone was scared I never felt so helpless Saya wanted to stay But I thought we could go to Rusuk for help I was sure he would know what to do But something was not right in the woods I had never seen Rusuk so worried Vanessa, thank you for your name Thank you He sent us back to the village And I knew we were alone Alter, I'm sweating, ey I was all that Benny and Saya had left I had to protect them Oh, Schokolade Ein Doppelkeks Hier, ein Lebkuchen für dich Nein, nein, die sind vergiftet Ach, da hat er die jetzt zurückgelassen quasi Um, okay, das war jetzt dann quasi Der Plotfist dazu, verstehe, okay Das war jetzt am nächsten Morgen Was passiert am nächsten Morgen? Ah, okay Ah, okay Ja, krass 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 Joram aus der Schrein des Mountain, verletzte die Land in schmutzung. Oh, nein! Nein! Benny! Sia! Where are you? It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Not even now. It's hard to forgive myself. Und es geht ihnen gut jetzt. Nein, braucht ihr nicht. Alles gut. Es ist okay. Du musst jetzt gehen. Krass, ne? Wenn man weiß jetzt, dass sie tot sind. Also, dass die Verkörperung... Boah, krass. Weil wir ja das Bindeglied sind. Und jetzt haben sie ihren Frieden erst gefunden. Das ist so krass, ne? Weil das Spiel so hübsch und bunt und farbenfroh und fröhlich aussieht und so. Aber da ist halt echt super viel Substanz unter der Oberfläche. Einfach das total krass. Also, wow. Ich möchte das als Film sehen. Ich möchte dieses Spiel... Ich möchte den Film dazu sehen. Disney, mach da was. Ah, wir können meditieren. Das heißt, wir können unsere Lebensenergie erweitern. Sehr cool. Ich muss in den Lurk, ihr Lieben. Bis später. Viel Spaß noch, Vanessa. Bis später. Wir lesen uns später. Ich hab... Es tut mir leid. Ich hab keine Ahnung, was heute mit dem Bot los ist. Es scheint an Streamlabs zu liegen. Ich hab den jetzt schon viermal neu angestoßen. Irgendwie hat Streamlabs heute einen an der Macke. Keine Ahnung, was das soll. Es nervt mich. Wow, ist das ein tolles Spiel. Ist das toll, ey. Ich bin... Ich bin einfach so geflasht von diesem Spiel. Ich bin einfach so geflasht. Es macht einfach alles richtig. Das ist einfach Wahnsinn. Dieses Spiel ist der Hammer. Und ich hab eben erst mal im Bosskampf wieder gemerkt, dass ich den Schild überhaupt nicht richtig benutze. Ich hab, ne... Also erst im Bosskampf hab ich den wieder eingesetzt. Den ich benutze nie eigentlich. Nur um zu aktivieren. Irgendwie total dumm. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Also zusätzende fünf Pfeile. Schwerer Angriff, präzises Timing. Massiven Schaden. Den, äh... Den, den... Darauf gehen wir. Darauf gehen wir. Oh, wie krass, ey. Wie krass. Entschuldigung, Anna. Äh, ich war hier noch voll so drin. War noch voll geflasht. Anna, Tim, euch auch natürlich viel Spaß. Ist ja lustig, dass wir so an einer ähnlichen Stelle sind. Ich hab richtig Herzwummern, ey. Aber wenn du dann halt so'n Boss geschafft hast, ne? Und nicht runtergestellt hast. Sind alle Fragen geklärt, die im Bosskampf aufkamen? Äh, weiß ich nicht. Ich hab nichts mitbekommen. Ich war so drinne. Und wir gehen natürlich im Schwierigkeitsgrad nicht runter. Ich betone es nochmal. Wir bleiben weiter auf schwer. Das ist einfach mein eigener Anspruch. Ich möchte auf schwer weiterspielen. Also wir gehen nie runter mit dem Schwierigkeitsgrad. Auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ich hab... Ich weiß nicht, was beim Bosskampf... Was waren für Fragen? Hab ich irgendwas verpasst? Dann bitte jetzt wiederholen. Weil dann hab ich's tatsächlich nicht mitbekommen. So, also. Wir gehen jetzt zu dem gelben Gedönse hier hin. Ich glaube, das ist im Dorf. Äh, wo ist denn hier der nächste... Die nächste Möglichkeit zum... Teleportieren. Äh, angeblich hier irgendwo. Ach, ich glaub hier hinter, ne? War das Ding ja... Genau. So, und wir wapen uns mal... Hier hin. Zum Dorfzentrum. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit Stacheln. Ich hab mal auf... Nach dem Kampf, wie sind wir Stacheln? Ich hab keine Stacheln. Ich bin nur frisch rasiert. Stacheln? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Stacheln? So, haben wir jetzt hier noch irgendwas an... An neuen Hüten? Ne, ne? Müssten wir eigentlich alle haben. Tannenzapfen haben wir nicht. Was sind das für Geräusche? Alter, ja, beruhigt euch. Das ist ja furchtbar. Was war das denn? Da war wohl mal ein bisschen was falsch, ne? Was war das denn? So, wo müssen wir jetzt hin? Nach... Ach so, wahrscheinlich hier zu dem Dingens, ne? Ne. Oh, hier ist wieder die schöne Musik. Ja genau, hier ist der Meditationsdingens. Ausverkauft heißt, dass wir von diesen Masken nicht noch mehr holen können. Von diesen normalen Standardmasken können wir mehrere holen, aber von diesen besonderen, also Hüten, von diesen besonderen Masken können wir nur eine einlösen. Das stimmt. Aber das ist ja immer so. Das ist ja immer so, dass wir eine Konnexion mit den Spirits haben können. Wir geben uns ein Teil von uns selbst. Wenn sie weitergehen, dann geht es weiter. Der Weg von der Spirits-Güide ist ein Lonely-One. Da ist noch viel Arbeit zu tun, wenn du willst, um die Mountain Shrine zu erreichen. Das machen wir, aber nicht jetzt. Denn ich möchte gerne noch in den Wald und so weiter zurück, weil wir haben ja noch einiges an Sachen dort zu machen und herauszufinden und Geheimnissen und so weiter. Also wir gehen da auf jeden Fall noch mal hin, ne? Ist ja klar. Da war ja noch ein bisschen was zu tun. Na, das ist so schön. Und wir sind ja jetzt auch das erste Mal wieder im Dorf, seit wir schießen können. Wir konnten ja vorher gar nicht in die Luft schießen. Das geht ja jetzt erst. Das geht ja jetzt erst. Ich weiß aber immer noch nicht, wofür diese Dinger sind. Aber wir werden das herausfinden. Und guck mal, das wird ja hier auch schon getriggert, auf jeden Fall. Aber wir können es noch nicht benutzen. Aber es wird schon getriggert. Das ist dann wirklich vielleicht erst für später. Aber ich bin natürlich... Achso, es ist nur eine normale Laterne. Okay. Also wir gucken uns mal hier noch so ein bisschen im Dorf um. Gucken wir mal, was jetzt hier noch eventuell mit geht, seit wir den Bogen haben. Guck mal. Da sind wir zum Beispiel vorher gar nicht hingekommen. Nice. So, ein bisschen Geld hier, ne? Für lecker Currywurst. Oh, jetzt habe ich Bock auf Currywurst. Ich bin ja am überlegen, ob ich mir gleich richtig geil eins von den großen Gerichten von Dingens mache. Hier, ne? Trotzdem nicht Essenstag. Aber ich war jetzt echt knausig die letzten Tage. Hier, HelloFresh haben wir doch noch. Auch. Aber hier ist da nichts mehr. Nee, nee. Ich glaube nur Richtung Dorf. Das haben wir schon aktiviert. Und da hoch sind wir beim letzten Mal auch noch nicht gekommen. Da muss ich mal gucken, ob das jetzt irgendwie geht. Das sieht aber nicht so aus. Also überall kommen wir trotzdem noch nicht hin. Das ist auch noch dicht. Da hoch kommen wir auch noch nicht, ne? Nee, erst später. Okay. Ich weiß nicht, wofür diese Dinger sind, ne? Ob wir da eine andere Maske erst für brauchen, gehe ich mal von aus. Also gehen wir mal zurück erstmal in den... Und manchmal vibriert der Controller. Ach, warte mal. Aber da können wir ja auch noch nichts machen. Da können wir ja auch noch nichts machen hier mit dem Ding. Nee. Da brauchen wir erst was anderes für. Okay. Gibt es einen Plan für morgen? Morgen ist Freitag. Nee, tatsächlich nicht. Wellheim? Mal Wellheim weitermachen. Habt ihr Lust? Guck mal hier. Die Kerzen kann ich nicht anzünden. Okay. Also das wird eine andere Maske erst sein. Oder man muss sie erst vollständig haben. Oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß es sogar nicht genau. Wir werden es erleben. Wir werden sehen. Und hier bin ich ja vorher auch noch nicht dran gekommen. Da komme ich ja auch jetzt erst hin. So. Jetzt muss ich nur mal gucken, wofür ich das hier verwenden kann. Weil hier ist ja... Das ist ja für die Zauselbande hier, ne? Ich gucke mal, ob ich das da reinmachen kann. Ich weiß nicht, ob ich pünktlich da bin. Ach so, stimmt. 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 Und Coco konnte morgen auch nicht oder irgendwie sowas hat sie gesagt, ne? Wir können ja mal gucken. Ansonsten spiele ich vorher Sims oder das hier auch. Und dann fange ich erst an und dann switche ich um, wenn ihr da seid. Einfach. Gucken wir mal. So, nur bis neun. Ach so, okay. Okay. Ach ja, wegen Arbeiten am Wochenende, ne? Ja. Also, easy peasy. Wir machen das so, wie es bei euch zeitlich passt. Und, ähm... Ansonsten spiele ich halt morgen vorher was anderes. Ich weiß ja auch nicht, wie es bei Vanessa dann aussieht. Weil die fährt ja in Urlaub jetzt am Wochenende. Ich weiß nicht, ob die dann morgen überhaupt kann oder ob die irgendwie vorbereiten muss. Oder ansonsten spiele ich vorher mit Coco schon mal oder so. Und, ja genau. Du kommst dann dazu. Werden wir schon hinkriegen. Kein Stress. Ist ja dann Wochenende auch. Yay. Ein Blumenschrein. Uhu. Ja, cool. Ist da vorne noch irgendwas? Ne. So, und hier war ja... Können wir jetzt hier das Dingen triggeren? Oh ja, können wir. Nice. Cool. Das heißt, wir kommen jetzt auch über die Brücke. Geilo. Ich bin gespannt. Wo uns das hinbringt. Oh, hier ist ein neuer Schrein. Also Warp-Dings. Okay, hier haben wir ein bisschen was an Pennern. Ja gut, sowas ist jetzt ja... Die Ergern, die können uns ja gar nichts mehr. Die sind ja quasi fast schon lächerlich. Eigentlich. Du Hund. Ja mal, wir haben schon Bosse erlebt. Ja mal, da wart ja noch Sacksuppe. So, mehr. Los. Ich warte. Wo ist der Rest? Oh, da kommen noch ein paar. Ne. Doch. Schnetzel-Boys. Hä, wo ist er? Hallo? Ach da. Hallo, ich habe doch... Aber ich habe doch gerade aufgeladen. Wollte mich auch in den Arm nehmen? Ich glaube, es ist Fakt. Ach da. Oh, oh. Das ist aber jetzt knapp. Oh, da wird ja doch noch mal spannend. Halt ich wohl ein bisschen zu großes Maul. Oh. Ey, ach komm, ich wollte gerade meinen Angriff machen. Das ist doch scheiße. Was? Ich bin jetzt auch mal raus. Ich muss noch was lernen. In diesem doofen Tag verdauen und dann bald schlafen. Viel Spaß und gute Nacht, ihr Lieben. Was für einen doofen Tag, dass du mir dann erzählt hast, du einen doofen Tag hattest, Simone. Das finde ich nicht gut. Was ist denn für einen doofen Tag? Darüber reden wir noch gleich, Frau Lein. Aua. Warum block ich schon wieder nicht? Junge. Junge. Ja, dann schreib mir bitte kurz eine WhatsApp oder irgendwie sowas. Bitte. Warum denn? Ich habe doch die Attacke ausgeführt. Ey, jetzt ernsthaft, jetzt sterbe ich hier schon an so normalen Popel-Gegnern oder was? Also nie, äh, traurig. Das habe ich sogar geblockt. Das macht mich traurig. Ja, genau. Auf einmal ist das hier voll der, voll der Übergegner oder was? Willst du mich auf den Arm nehmen? Das habe ich dort zum Beispiel total vergessen, dass ich hier auch schießen könnte, ne? Oh mein Gott, wie kann man nur so blöd sein, wie ich jetzt genau? Oh nein, jetzt muss ich wirklich von vorne anfangen. Obwohl ich den letzten Gegner hatte. Oh, bitte. Na gut, dann reden wir da später in Ruhe drüber. Okay. Machen wir. Okay. Okay. Sofiehle, oder? Nicht schlecht. Danke. Ich locke mal weiter. Dann mach das. Und danke für der... Danke für der, ne? Danke für deine Lürke, ne? Puh. Was? Ach so, oh, ich hab was getriggert. Wo? Äh, aha. Äh, hä? Ah ja, okay. Hey. Wuhu! Hä? Es geht noch weiter? Oder fängt es wieder von vorne an? Ah, ne, fängt es wieder von vorne an. Ne, dann nicht. Danke. Okay. Hallo, ich möchte hier... Hallo, gib mir den Samen, Boy. Danke. Hui! So. Was ist denn hier? Ach, guck mal, da vorne, kommen wir da jetzt hin auch? Ach, krass, wo wir jetzt hier noch überall hinkommen. Voll krass. Oh. Äh... Hä? Äh... Äh... So dann kommen wir ja auch noch hier hin. Oh, guck mal, eine Baseballmütze. Rot-Hut-Baseball, so dann bin ich gespannt, was da gleich noch ist. Schauen wir mal, haben wir hier drin noch irgendwas Nettes? Na komm, hier wird ja irgendwas sein. So, bisschen Schätzeken, ne? Okay, warte mal hier. Okay, hier kommen wir erstmal nicht hin, ja doch, da vorne vielleicht über die Brücke, können wir gleich mal gucken. Ah, das ist so toll, dass jetzt hier auch noch so viel zu entdecken gibt. Im Dorf selber, das finde ich voll gut. Und da geht es ja auch noch hoch gleich, da bin ich mal gespannt, was da dann ist. Voll gut. Okay, aber hier scheint, ich habe es gedacht, hier wäre irgendwie vielleicht eine Kiste oder so. Ach, da. Wollt schon sein. Ah, wie cool. So, was ist denn hier oben? Okay, Böser zum... Okay. Ah, okay, da kommen wir noch nicht rein. Erst später. Und hier dann vermutlich... Ich weiß es nicht, auch erst später, oder? Also hier ist zumindest ein Blumenschrein. Aber, äh, ich sehe hier nichts zum... Triggern, zum Wegmachen. Also könnte das erst später... verfügbar sein. Okay, dann, äh, gucken wir mal hier. Bei der anderen Brücke noch. Hm, wo die anderen Brücke... Komms! Hier im Wasser. Können wir mal gucken, ob eventuell beim Wasserfall was ist, oder da. Na, also wir dürfen... Wir dürfen ja nichts übersehen. Ihr könnt ruhig mitkommen, kommt! Ist ungefährlich! Also, ihr teleportiert euch, oder? Na, na dann. Gut. Na, guck, zack, 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 zack. Danke! Oh, guck mal hier, das sieht aus wie so ein kleines Häuschen hier. Wie so ein Schreinchen. Süß! Ach, ist das Spiel schön. Ich mag das sehr gerne. Das ist ein sehr schönes Spiel. Ach, jetzt sind wir wieder... Ah, jetzt sind wir hier. Ah, okay. Auf der Rückseite von dem Haus. Okay, verstehe. Alles klar. So, ja, was haben wir jetzt? Habt ihr hier ist irgendwas eventuell? Ich weiß es nicht. Ich versuch mal, ob ich da reinglitschen kann. Nee, schade. Aber wie könnte das sein können? Nee, okay. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hier kommen wir nicht rein. Zumindest jetzt noch nicht. Viel Spaß im Lock. Tai-Fi-Fi-Fi. Jetzt ist die Frage, ob hier vorne noch irgendwas ist. Aber ich vermute mal dann auch eher nicht. Ah, das ist schon sehr schön hier alles. Okay, also, da kommen wir noch nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Dann würde ich sagen... Äh... Gucken wir mal... Äh... Okay. Äh... Alles klar. Ich kann fliegen. Ja, hier gibt es noch einiges zu finden. Ich weiß zum Beispiel auch noch gar nicht, was wir mit der Geisterpost machen. Da müssen wir auch noch mal schauen. Und ja, ich weiß, ich kann mich teleportieren. Aber ich möchte gerne gucken, ob ich hier jetzt Dinge triggern kann, die vorher noch nicht gingen. Weil wir ja noch nicht den Bogen hatten. Also, ne, nicht wundern, aber das ist schon Absicht. Weil ich einfach wirklich alles mitnehmen will. Außerdem ist es ja schön, hier auch noch mal zu Fuß lang zu gehen. Und sich alles anzugucken. Und wir ja jetzt auch noch mal ein anderes Verständnis für das Spiel haben. Weil sich jetzt so ein bisschen die ganze Mechanik und alles verinnerlicht. Ah, das sieht einfach so schön aus. Das ist einfach so ein tolles Spiel, ne? So, mal gucken wir jetzt gleich hier. Ja, ich weiß es ja nicht genau. In Bereiche kommen, in die wir vorher noch nicht gekommen sind. Also auf jeden Fall gleich ja im Wald. Also da gehe ich zumindest mal von aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das eventuell alles von der einen Maske noch abhängig ist. Oder von den anderen Masken, die wir noch bekommen. Das müssen wir gleich mal schauen. Aber werden wir sehen. So, hier war nur die Truhe, ne? Genau. Also hier ist sonst soweit nichts mehr. Tum, 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 tum. Hallo, ist da was drin? Hallo, ein Rott? Nein. Wir brauchen noch viel mehr Rotze. Was war hier? Hier war auch nur dieser eine Bereich, wo wir das Ding hier aktiviert hatten, ne? Okay, alles klar. Gut. Dann gehen wir mal durchs nächste Türchen. Ist nämlich Advent. Und deswegen machen wir ein Türchen auf. Geh auf! Also ist schon auf. Aber gut. So, und jetzt können wir nämlich langsam mal die Augen nach oben aufmachen. Ich weiß halt nicht, ob wir hier schon alle Sachen geholt haben. Hier kamen ja die ersten Teile, die oben aktivierbar sind. Ich weiß nicht, ob wir hier schon alles gemacht haben. Also hier waren wir auf jeden Fall. Ah, guck mal hier. Das haben wir zum Beispiel noch nicht. Und hier sind auch hier so Trigger-Dinger-Boomsteile. Ich weiß auch nicht, waren wir hier oben, waren wir auch noch nicht, ne? Oder? Nee. Also doch, da sind wir runtergekommen von der anderen Seite. Aber wir haben die Dinger oben hier noch nicht getriggert. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wo der erste Dingens zum Triggern ist. Das müssen wir uns gleich mal herausfinden. Das würde uns wahrscheinlich wieder hier durch den halben Wald schicken, das Ding. Aber das müssen wir natürlich mitnehmen. Ist ja logisch. Ach, guck mal, und hier. Die haben wir zum Beispiel auch noch nicht. Also hier ist noch einiges. So, und damit können wir diesen starken Dingens freischalten. Was ja auch cool ist. Genau, der schwere Angriff. Nice. Geilo. So, sehr cool. Und da ist noch ein Blumenschrein. Das heißt, hier in der Nähe. Ach, guck mal, da ist er, das Ding. So, zack, wo führt er uns jetzt hin? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin ein bisschen froh, dass ich so gut schießen kann, ne? Um das mal so ganz selbstlobend zu erwähnen. Nice. So, und jetzt müssen wir nur mal schauen. Reicht das bis da hinten hin? Schauen wir mal. Das könnte eng werden, aber müsste ja eigentlich, oder? Also, ein anderes, äh, wüsste ich jetzt nicht, wo hier noch eins ist. Also, das muss reichen. Ja, reicht auch. Cool. Geil. Ja, cool. Noch ein Blumenschwein. Ach, schön. Es gibt noch so viele tolle Sachen zu entdecken. Das finde ich so cool. Ups. Wie war das mit dem Gut schießen können? Na? Geil. Haben wir denn hier durch das Ding noch irgendwas zum Aktivieren? Also, können wir hier vorne noch irgendwas weg ätzen? Machen? Mit dem Teil? Hier irgendwo? Mehr Ecke? War hier unten? Ja, da. Nee. Nee, nee. Doch nicht. Aber sonst ist hier auch gar nichts mehr gewesen, glaube ich, ne? Dann ist das vermutlich wirklich nur für den Blumenschrein eventuell. Boah, das ist so toll mit diesen riesigen Bäumen. So richtig so Redwood-mäßig. Geilo. Ich finde das so schön. Die haben wir schon alle, ne? Ja, okay. Die haben wir. Das waren ja, glaube ich, die ersten Teile, die wir gemacht haben, nachdem wir den Bogen bekommen haben. meine ich zumindest. Das ist, die Dinger gewesen sind alle. Ich glaube ja. Und hier müsste irgendwo noch so ein Blaus gewesen sein. Das haben wir auch ausgeführt. Da haben wir ein Dingens gefunden. Lila. Genau das hier. Aber das sieht aus, als ob wir es noch nicht gemacht hätten. Aha! Okay, cool. Hallo. Und guck mal hier. Kennen wir diese Blume schon? Ne, guck mal. Waren wir hier schon? Ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht. Waren wir hier? Ah, warte mal. Ich glaube, das ist das... Ist das der Weg zum Haus? Ne, ist es scheinbar nicht. Waren wir hier schon? Ne, waren wir nicht. Cool. Ja, geil. Also lohnt sich, immer wieder auch mal neu zu gucken. Sehr cool. Ist hier noch irgendwas anderes? Ne, scheint nur diese Pflanze zu sein, was anderes nicht. Okay. Ja, cool. Sehr geil. Seht ihr? Es ist immer gut zu gucken. Geisterfahrt. Wo führt uns das hin? Da ist der Waldpfad. Das ist ja richtig. Da gehen wir gleich sowieso lang dann. ja, das war der Weg zum Berg, ne? Genau, da, wo der Russo Dingsbums wohnt. Ja. Ich glaube, da haben wir... Ne, Russo ist... Guck mal, hier, Russoberg, da haben wir auch noch ganz viel. Also, Geisterpost haben wir. Verfluchte Truhen haben wir noch nicht alle gefunden. Blumenschrein haben wir jetzt ja noch einen. Es gibt noch Hüte und es gibt noch massig Rotz hier zu entdecken. Ganz viele Rotze gibt es hier noch. Ich bin ja mal gespannt. Hm. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ja, okay. Das ist der Baum. Jetzt ist die Frage, gehen wir... Ach, guck mal, hier gibt es aber auch noch einen Rotz. Also, direkt hier bei Taros Baum gibt es noch irgendwo einen Rotz. Jetzt nur die Frage, wo. Aber irgendwo ist hier noch einer. Ja, den werden wir uns doch mal snacken, oder? Ah, was haben wir denn da? Wie komme ich denn da hin? Aha! Aha, aha, aha! Ah, was haben wir denn hier entdeckt? Aha! Ach, hier sind wir hier oben. Ah, okay. Ja, nice. Geil. Boah, wie viele versteckte Sachen hier einfach überall noch sind. Das ist so cool. Und da ist er. Ja, geil. Ach, cool. Das freut mich ja jetzt voll. Das ist ja cool. Oh, juhu. Wir haben hier eine Rotze beim Baum. Wir haben die komplette Rotze zusammen. Damit ist Taros Baum, äh, komplett. Nice. Bei Taros Baum haben wir alles. Coolio. Sehr gut. Damit bin ich zufrieden. Das finde ich sehr gut. Das ist mir sehr genehm. Okay. Dann ist jetzt nur die Frage, was, äh, noch beim Pfad und beim Berg ist, ne? Da ist jetzt die Frage. Gehen wir noch zum Berg? Wir haben ja hier auch noch die, äh, Teleporter. Wir könnten also auch theoretisch nochmal, äh, hier hoch zum Posten. Wir gehen mal hin. Wir schauen mal. Guck mal hier. Hier ist noch super viel. Vier Hüte haben wir hier noch. Wir haben noch vier Rotze. Ein Blumenschrein. Und noch eine verfluchte Truhe. Und es ist schön hier. Und laut. Oh, das ist einfach so toll hier. So schön. Und guck mal, wie cool das ist. Jetzt haben wir da unten ja alles befreit. Da war ja eh, da war ja hier dieses ganze Kack-Elend. Das ist jetzt einfach mal komplett weg. Es ist alles wieder schön grün. So cool. Na gut, dann gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Was gibt's denn hier noch Schönes zu entdecken, alles? Ich bin gespannt. Und überall immer diese kleinen Schnucki-Boys. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel noch eine Dingens. Ah, wieso haben wir den denn nicht gemacht? Hä? Wieso haben wir den nicht getriggert? So, hier waren die Teile. Die haben, die Prüfungen hier haben wir alle gemacht. Ähm, ich würde aber gerne, was noch unter dem Haufen ist. Oder war, haben wir damit nur den Dingens getriggert, den, ähm, Blumenschrein? Ich weiß es gar nicht mehr. Müssen wir mal schauen. Wir gucken mal. Also, die Dinger, ne? Die, die sind so doof zu steuern. Ne, okay. Hier scheint nichts zu sein. Dann war das, glaube ich, wirklich nur von dem, von dem Blumenschrein. Also. Uns fehlen vier Rotts, vier Hüte, ein Blumenschrein und eine verfluchte Truhe. Krass. Und alles hier noch in dem Bereich. Ich bin gespannt. Also hier ist ja sonst nichts mehr, ne? Nur das Teil hier links. Äh, war ja, glaube ich, nichts. Also wir können mal gucken. Aber. Wobei, guck mal, da ist eine Blume. Also, ich riskiere mal, ob wir hier runter können. Ohne, ich glaube nicht. Äh, ne. Aber da hinten war eine Blume. Habt ihr gesehen? Na gut. Dann war das vielleicht nicht hier so vorgesehen. Hm, hm, hm. War ich gerade unscharf? War der, war gerade der Fokus von der Kamera weg? Oder habe ich mir das gerade eingebildet in der Vorschau? Warte mal, haben wir das getriggert? Äh, haben wir, ne? Ah, okay. Ah, okay. So, wo haben wir denn jetzt hier noch ein bisschen Zeug? Ein bisschen Krams. Was ist denn hier? Ja, hier haben wir ja die erste Schlittenfahrt nach unten gemacht. Da kommen wir ja dann quasi schon, äh, zum, zum Berg hier hin, ne? Genau, da waren ja die ersten Feinde, die wir mit dem Bogen bekämpfen mussten. Hier diese komischen Affenflotzi-Potzis. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich meine, irgendein paar Sachen müssen ja hier noch sein. So, wir sind mal beim Hinterhof. Ja, und hier ist ja, äh, die Geschichte, wo wir dann oben lang gehüpft sind. Und, das hier haben wir auch entdeckt, da war ja die Meditation, achso, die Pflanze war das. Da war ja der erste Meditationsplatz. Also, ich glaube, hier haben wir alles entdeckt. Es sei denn, hier unten ist noch irgendwas, aber, ne, das hätten wir, glaube ich, beim Zurückspringen gesehen. Also, hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Ich weiß es natürlich nicht genau. Wir, wir gucken mal. Hier haben wir ja dann zwischendurch diese Blume entdeckt. Da waren wir. Ansonsten hier... ...ist nichts, ne. Und hier war der, der, äh, eine Boss-Fight. Das ist aber alles noch Rusos Berg. Also, es gibt ja noch durchaus Dinge zu entdecken. Was ist das denn hier? Ach, guckt mal. Äh, 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 okay. Stopp. Äh, alles klar. Okay. Einfach mal ein bisschen rumgelaufen. Oh, wie süß. Okay, cool. Und das hier haben wir ja noch gar nicht gemessen. Was ist das? Ach, guck mal an, Leute. Guck mal an. Ja, okay. Hier ist noch einiges. Ja, coolio. Geil. So, dann schnappen wir uns doch mal als erstes das. Aha. Da scheint irgendwie eine kleine Höhle oder so zu sein. Ach, ist ja krass. Das ist ja lustig. Oh ja, schade. Mhm. Schön. Eine wunderschöne kleine Höhle. Aha, aha, aha. Ah, ein Blumenschrein. Ja, nice. Cool. Das müsste der letzte gewesen sein dann, ne? Ja, Blumenschreine haben wir damit auch alle. Geil, oh. Wie geil. Also, hier kommen wir nicht hoch. Das ist so ein Ding zum Runterrutschen. Cool. Da kommen wir hoch. Hier ist nichts. Ach, geil. Oh, ich liebe das, diese ganzen kleinen Geheimnisse zu entdecken. Das ist einfach so cool. Aha. Ah, und dadurch haben wir jetzt das Zahnrad vorgeholt. Okay, da geht es später auch noch hin. Okay, alles klar. Und können jetzt dann das hier triggern. Ach, wie cool ist das denn bitte? Das ist ja mega gut. So, und dann kommen wir jetzt quasi hier hoch, ne? Ne, Moment. Da muss ein Rott hin. Und die drehen. Ah, ne. Okay, das ist dafür. Okay. Ja, und dann kommen wir nämlich jetzt von hier quasi hier rüber. Das ist ja geil, oh. Cool. Sehr cool. So, was ist denn hier noch? Haben wir hier noch irgendwas zu entdecken? Oder ist hier nix mehr? Ne Kiste. Ach, wie cool. Da ist nix mehr. Das sieht da irgendwie so aus, als ob man da auch langen könnte. Aber vielleicht bilde ich mir jetzt auch ein bisschen viel ein. Okay, alles klar. Oh, die Musik, die ist so schön. Das ist so friedlich und still. Okay, da geht es dann nur wieder runter quasi zum Haus. Dann gucken wir uns doch mal an, wo uns der Aufzug hinführt. Aha, guck mal, da haben wir ein Pflänzchen schon mal. Okay. Wo geht's denn hier hin? Oh ja, oh ja, oh ja. Ach, das ist der Bereich, wo wir runtergerutscht sind. Quasi. Oh, oh ja, 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 ja. Alles klar, habe ich gecheckt. Ja, scheiße. Habe ich zu spät reagiert. Alles klar. Das ist ja voll gut. Das heißt also... Moment. Scheiße. Ah, genau. So. Okay, da müssen wir schnell sein. Da muss ich erst mal checken, wo ich da genau hin muss, dann. Also. Hiermit kommen wir quasi zurück. Müssen wir dann da hoch? Oder müssen wir dann... Wo müssen wir denn dann? Also, wenn wir runterrutschen, ist halt zu spät. Müssen wir da hin? Nee, da kommen wir ja wieder nur hier drauf. Wo bringt uns denn diese Pflanze hin? Da hoch? Ist hier... Ah, da ist eine. Okay. Krass. Oh, Leute, wie geil. Nice. Cool, jo. Gut gefunden. Oh, wie geil. Sehr cool. Geilo. Geilo, 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 geilo. Ansonsten ist ja aber nix, ne? Ansonsten ist ja aber nix. Okay, cool. Okay. Na. So, das heißt also, wir haben noch zwei Hüte, drei Rotze und eine verfluchte Truhe. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Also, ich weiß es nicht. Okay. Da waren wir eben schon, da ist das Ding, da waren wir auch. Hier ist das Haus. Was ist denn da vorne beim Wasserfallen noch? Waren wir da alles schon durchgecheckt? Hä? 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 Okay, check ich nicht. Ha. Oh, da hatte das schon... Haben wir das gemacht und das hatte schon irgendwas getriggert? Kann das sein? Ja, ich glaube schon, oder? Sonst wäre jetzt ein bisschen seltsam irgendwie. Mein Ohr juckt. Entschuldigung. Hä? Ja, ich glaube. Aber ich bin nicht sicher. Ist hier irgendwas hier hinter? Aha! Überall verstecken sich kleine Sachen. Ha. Hm, hm, hm. Also die ganzen Parcours sind wir schon abgegangen. Ach, guck mal. Over there. Okay, wo kommt die denn hin? Wo gehört die Eule hin? Moment. Also hier runter können die ja nicht. Wo gehört die Eule hin? Kommt mal mit, ihr kleinen Schnuckis. Wo gehört das Eulchen hin? Wahrscheinlich... Ah, hier. Cool. Ja, kommen Sie bitte los. Kommen Sie. Stellen Sie mal das schön alles hier an Ihren Platz, ne? So ist fein. Ja, wie sind Sie eine feine... Ja, wie. Weil wir jetzt hier nicht alles... Nur so ein Ding bekommen. Das ist ja... Irgendwie traurig. Na gut, dann ist es halt so. Hier oben noch irgendwo was. Okay, das war klar, da ist das Portal, ist hier im Fluss und... Ne, das war ja das, wo wir die Teile hier hin machen mussten, damit das aufgeht. Da ist also auch nichts. Da geht's ja dann gleich zum Wald. Was ist denn hier noch? Das ist die Brücke, die die gehalten haben, damit wir hier überhaupt hinkommen, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. War das die Brücke? Ja, ja, genau. Da sind diese ganzen Steilklippen. Okay, da kommen wir auch nicht mehr lang zurück, ne? Also zumindest nicht hier lang, da müssen wir vom Dingens aus dann lang gehen. Dann wüsste ich jetzt gerade vor... Zumindest hier... Erstmal nichts mehr. Außer, dass wir ein Foto machen. Nein. Tschüss. Hallo, tschüss. Danke. Habt ihr dann auch immer so, wenn man so in so einem Spiel an so einem Wasserfall steht, dass ihr dann auch so im Nacken so dieses kühle Dinge so spürt, als ob ihr wirklich bei so einem Wasserfall steht? Oder wenn ich einfach nur, äh... Bisschen bekloppt. Hier ist da auch noch irgendwas. Was ist denn hier? Das hat da auch noch irgendwas zu bedeuten. Hier ist doch nicht umsonst. Das hier ist doch ein Krog. Das kann man... Äh, nicht Krog hier. Das ist doch hier so ein... Das ist doch was. Sag mal, das ist doch... Sag mal, das ist doch mal was. Das muss doch nicht irgendwas zu bedeuten haben, Rot. Ach, guck mal. Ach, wie lustig. Ach, wie lustig. Äh. Ja, und jetzt? Hä? Ja, Coolio. Ey, das ist der Hammer. Diese ganzen Geheimnisse hier. Das ist einfach so cool. Wir fehlen uns hier nur noch zwei Rotts. Und wir haben auch noch einen Hut gefunden. Wie cool. Wie cool. Ich weiß gar nicht so richtig, ob wir hier was entdeckt oder gefunden hatten, um ehrlich zu sein. Das gehört alles noch zum Berg. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob weiter oben eventuell noch was war. Das gehört auch noch zum Berg. Okay. Ich muss noch sicher gehen zwischendurch, dass wir nicht schon in einem neuen Gebiet sind. Irgendwie mal so, ne? Ach, guck mal. Da ist noch eine Kiste. Sehr schön. Warum kann man hier hin? Einfach nur für die Aussicht? Das ist es nur für die Aussicht. Na gut. Kann ich akzeptieren. Wie cool. Wie cool das aussieht. Einfach. Oder? Einfach geil. Okay. Aber hier scheint erstmal nichts weiter zu sein. Ha. Ja, und hier ist ja dann gleich, äh... Das gehört ja nicht mehr zum Berg gleich. Nee, noch nicht. Moment. Lass mich erstmal hier noch so ein bisschen... Gucken. Hm? Nee? 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 Hm. Wow. Oh, hey, 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 ein grac见. Ah, Kinnab. Okay, was ist denn hier? Eine Kiste. Und Blumen. Die nichts zu bedeuten scheinen. Ne, okay, also hier scheinbar nix. Hm. Ventin, ich grüße dich recht herzlich. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest einen wunderbaren Tag. Und einen jetzt noch viel besseren Abend. Hier scheint aber nix zu sein mehr sonst. Ja, und hier sind wir jetzt dann quasi gleich nicht mehr auf dem Berg, wenn wir runterrutschen. Da sind wir ja quasi wieder beim Startpunkt. Was ja nicht tragisch ist, aber... Ich will halt nix übersehen. Ne, aber scheint tatsächlich... Das gehört sogar doch noch zum Ruto-Berg. Okay, alles klar. Aber hier vorne, das gehört doch zum Wald gleich. Das ist doch nicht mehr der Berg. Da vorne waren wir ja auch. Haben wir hier alle Bereiche schon durchgeguckt? Ich weiß nicht, ob das da vorne auch noch zum Berg gehört, um ehrlich zu sein. Ich bin nicht sicher. Wir werden es sehen. Aber ich meine, da vorne wären wir ja auch schon drauf gewesen. Ja, ja, klar, waren wir auch. Aber noch nicht mit dem Bogen natürlich, ne? Das gehört tatsächlich auch noch zum Ruto-Berg. Schauen wir mal. Ne, okay, hier sind Pilze, da waren wir schon. Pflanzen oder irgendwas oben ist hier nicht. Wo wir vorher nicht hingekommen sind, ohne den Boden. Ne, 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 ne. Ich weiß natürlich auch nicht, wie sich das verhält bei diesen Klippen, die wir am Anfang hochsteigen mussten. Also da haben wir ja auch schon super viele versteckte Sachen gefunden. Ob das jetzt alle waren, weiß ich nicht. Aber Fakt ist ja... Willkommen zurück, Typhoon und Jenny. Aber Fakt ist ja nun mal, dass uns noch einige Sachen fehlen. Ich weiß nicht, ob wir da hochkommen. So, wir sind mal raus, Bettchenzeit. Achso, ja, dann schlaft gut, ihr zwei Hübschen. Macht es euch gemütlich. Und, äh, habt wunderbare Träume. Und ich sag einfach mal, bis morgen oder bis die Tage, wie es bei euch passt. Von der Lust her, nicht wahr? Also, wir müssen doch definitiv auch aufs andere Ende der Brücke kommen können. Kann mir keiner erzählen, dass da nichts ist. Von da aus kommen wir nicht weiter. Da ist ja nur der Platz, wo wir waren mit der Pflanze. Oh, komm, da mit Sicherheit... Also, da drüben ist das hundertprozentig auch irgendwas. Ich weiß halt nur nicht... Oder ist das zum Runtersliden? Warte mal, nee, ich glaube, wir sind da auch runtergeslidet von irgendeiner Stelle und sind dann hier unten angekommen. Das kann auch sein. War das nicht sogar jetzt eben? Bin ich blöd gerade? Oder sind wir da nicht eben untergeslidet sogar? Ich glaube, ja. Ja, ja, doch, 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 doch. Oh mein Gott. Ich bin schon so durch beim... beim... durch die ganze Geheimnis hier Rumguckerei. Ja, ja, war es auch. Ja, genau. Okay, also. Dann würde ich sagen, wir gucken jetzt hier vorne in dem unteren Bereich nochmal. Ein paar Sachen haben wir ja hier auf jeden Fall übersehen. Zum einen, weil wir hier das Spiel noch nicht so gut kannten. Zum anderen, weil wir den Bogen noch nicht hatten. Aber ich weiß halt nicht genau, wo. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass das alles noch zum Ruso-Berg gehört. Also das hier vorne gehört ja nicht mehr zum Ruso-Berg. Das ist ja auf jeden Fall, ähm, der Baum. Aber hatten wir hier vorne nicht die eine... War hier vorne die verwuschte Truhe? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Okay, hier ist gar nichts. Hm. Was haben wir denn hier? Hier, das ist was für euch Rotze. Da. Aber ihr wollt hier nichts machen, ne? Schön. Alles klar. Okay, dann wohl eher nicht. Na, dann gucken wir nochmal. Ja, genau. Das ist doch der Baum. Das ist doch jetzt hier schon Taros Baum. Okay, also ab hier ist Taros Baum. Und hier haben wir definitiv alles fertig. Also ist nur noch, äh, ab Berg. Dann würde ich sagen, wir gehen mal die alte Route, die wir am Anfang gegangen sind. Wo wir, äh, da oben die ganzen Klippen lang mussten. Und gucken mal, ob uns das jetzt irgendwo anders hinführt. Ich weiß es halt nicht. Wir werden es sehen. Zumindest ist das ja die ganze Strecke gewesen, wo wir den, äh, Bogen nicht hatten. Oh, so ist die Musik auch schön, ne? Hm. Was haben wir denn hier? Nix. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wo wir hier noch was übersehen haben. Also da gehört ja eine Eule drauf. Also hier haben wir ja auf jeden Fall noch einiges nicht gemacht. Wo ist denn die Eule davon? So, guckt mal. Okay, cool. Ja, guckt mal. Da haben wir doch schon wieder ein bisschen was. Ups. Krass, wie wir das am Anfang alles vercheckt haben, ne, weil wir da diese, die ganze Mechanik noch nicht so wirklich drauf hatten. Dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch nicht gecheckt haben. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ja, ja, knack, 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 ihr kleine Rotzis. In den Baumen ist hier aber, in den Baumen. Ja, in den Baumen ist hier nix, ne? In den Baumen ist nix. In den Baumen wachsen die Pflaumen. Wenn wir sie nicht, äh, kauen, kleben sie am Gaumen. Was ist hier unten? Nix. Ach, hier haben wir hier nicht das erste Mal den Doppelsprung, äh, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Ist schon, ist ja schon so lange her, ne? Drei Tage, 25 Tage, hör mal, so, da waren wir jetzt unten. So, also hier kommt man auch lang, hier kommt man auch lang. Wir müssen jeden Quadratzentimeter abgehen, ne? Hier, könnte hier was sein, sollen wir da mal drauf hüpfen? Wenn da nix ist, müssen wir halt den ganzen Weg wieder rumlatschen, ne? Das ist jetzt ja auch doof. Na ja, wir machen's mal. Ja, geil. Toll. Dann setzt doch da nicht so ein Felsen in, ihr blöden Level-Designer, ey. Das ist ja voll das Baiting. Ist doch klar, dass ich überall reinhüpfe. Toll. Okay, also, da gehen wir schon mal nicht mehr hin. Da ist nix. Toll, ihr ne Verarsche, ey. Was haben wir denn? Also, die Blume haben wir schon aktiviert. War denn das nicht die Stelle? Ja, ja, genau. Da haben wir, glaube ich, das erste Mal... Ne, das zweite, ich weiß nicht mehr. Das achte Mal oder das fünfundatste Mal? Tausend Millionen. Was ist denn hier? Ja. 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 Aha, aha, aha. War haben wir hier schon... Boah, ich weiß es echt nicht mehr, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier schon überall waren. Aber auf die Gefahr hin... Oder das Glück hin, dass wir hier noch nicht waren. Doch, ich meine, hier waren wir schon. Aber ich weiß nicht, ob wir hier auch schon alles entdeckt haben, tatsächlich. Guck mal, da sind zumindest schon mal nochmal ein paar Bärchen. Also, zumindest haben wir die nicht getriggert. Das kann jetzt bedeuten, dass wir hier noch nicht waren. Oder dass ich das da noch nicht gecheckt hatte. Zu dem Zeitpunkt, whatever, wir haben etwas entdeckt, was wir noch nicht vorher hatten. Also, sehr gut. In den Bäumen hier ist nichts. Hier ist ein Teleportpunkt. Und der war auch noch nicht getriggert, scheinbar. Doch, warte mal, hier waren wir... Kommen wir jetzt hier nicht gleich zu der Brücke, die die dann aufheben mussten. Und da unten waren wir doch auch. Da erinnere ich mich doch dran. Da haben wir... Ja, 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 klar. Hier haben wir doch das Erste. Oh, scheiße, ey. Das ist aber auch so weitläufig hier. Ja, ansonsten muss ich gleich nochmal zurückgehen, den anderen Weg gehen. Shit. Ja, also hier waren wir doch auf jeden Fall. Dann sind wir... Dann kommt man doch da hoch und dann geht man doch um den Felsen rum, oder nicht? Scheiße. Mist. Das ist der Nachteil, wenn man alles entdecken will. Komplett. Das ist doch doof. Ich mache es ja alle Wege 50 Mal. Ich gehe nochmal eben gucken, wo der Weg langführt, wenn wir nicht hier hochklettern. Ob wir hier alles gemacht haben. Was ist denn hier? Ach so, nee, das ist der Ding, wo wir herkamen, ne? Hier sind wir hergekommen, oder? Sind wir hier hergekommen, oder nicht? Scheiße. Okay, jetzt bin ich komplett orientierungslos. Aber komplett. Wir haben uns verlaufen. Nee, okay. Da, hier sind wir hergekommen. Hier sind wir hergekommen. Okay, alles klar. Hier sind wir hergekommen. Das heißt also... Entweder waren wir hier hinter noch nicht, oder... Hier bin ich doch gerade lange laufen. Alter! Hier sind wir doch gerade lange laufen. Da bin ich durchgeballert, ey. Und hier vorne... Konnte man ja nur ganz normal runtersliden, ne? Okay, das wollte ich nur wissen. So, okay. Das heißt also, wir gehen auf jeden Fall hier lang weiter, weil es keinen anderen Weg gibt. Sehr gut. Auch wenn es manchmal so aussieht. In diesem Fall nicht. Wir haben alles richtig gemacht. So. So. Dann waren wir hier... Haben die Beeren geholt. Genau. Die Erdbeeren und die Braunbeeren. Okay. So, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr. War das jetzt hier schon die Stelle, wo wir runtergehüpft sind? Oder war das erst das Späte? Was ist das da mit dem Baumgedönse? Das sind alles Sachen, die entdecke ich eigentlich immer relativ schnell. Und gehe dann da auch immer relativ schnell hin. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich meine, dass wir hier gewesen sind. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Doch, da sind Pilze. Da haben wir was entdeckt schon. Okay, alles klar. Alles richtig gemacht. Sehr gut. Okay. Hier waren wir schon. So. Und hier müssten wir dann, glaube ich, auch schon gewesen sein. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Hier. Das leiden wir doch runter, oder nicht? Oder? Okay. Hier ist irgendwas zu entdecken. Bestimmt. Scheiße. Da ist doch mit Sicherheit was. Kacke. Mist. Okay, warte. Dann muss ich mir von oben mal genauer angucken. Aber guck mal. Da oben leuchtet doch auch noch was hellblau. Da haben wir doch auch noch irgendwas nicht gemacht. Ja, guckt mal. Da waren wir noch nicht. Und da ist doch... Da ist die verwunschene Truhe. Da ist die verwünschte Truhe, die uns noch fehlt. Die Verfluchte. Da ist sie. Okay, Moment. Wir können uns... Welcher... Welcher Warpoint ist das hier? Ruinen. Merken. Ruinen. Ruinen ist unser Ausgangspunkt. Okay, geil. Ruinen ist der Ausgangspunkt. Da weiß ich hundertprozentig, da waren wir. Das weiß ich. Da sind wir lang. Ruinen ist der Ausgangspunkt. Okay. Wo müssen wir denn lang? Also das leiden wir dann quasi runter. Da muss doch hier... Ich meine, das wird ja nicht zwangsläufig der Tod sein. Das macht ja keinen Sinn. Es gibt ja keinen anderen Weg. Also entweder können wir uns hier an irgendeine Blume... Die wir noch nicht entdeckt haben. Äh... Festhalten. Oder ich... Äh... Weiß es nicht. Es wird ja nicht irgendein Bait sein. Das ist ja... Bis jetzt hat er hier alles... Äh... Macht ja... Macht ja keinen Sinn, dass man hier lang klettern kann. Nur um dann zu sterben. Das ist ja Quatsch. Die Frage ist jetzt nur... Achso, ich kann mich sogar ganz umgucken. Können wir hier schon irgendwo hin? Da vorne? Nein, da geht es ja auch nur runter. Also hier sliden wir runter. Was ist hier? Oder ist das wirklich nur, wenn man hier runterfällt? Nein, das kann doch nicht sein. Hier wird doch irgendwas sein. Oder ist das... Nicht so. Hm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann auch nicht springen. Ich kann nur loslassen. Also ich kann nur nach unten. Also entweder kommt dann hier irgendwas. Äh... Oder ich weiß es nicht. Ne. Aber hier ist nix. Gut. Also. Das ist unser Ausgangspunkt. Da machen wir jetzt erstmal... Gucken wir erstmal, dass wir da oben irgendwie an die verfluchte Truhe drankommen. So. Was ist denn... Und hier ist definitiv auch nix weiter, ne? Oder? Ne. Also ich weiß, dass wir hier lang gegangen sind. Und dann konnten wir da oben hoch, bla bla, irgendwas triggern, irgendwas machen. Okay. Aber wir müssen da hoch zu der verfluchten Truhe. So. Jetzt ist die Frage, wo geht es da lang? Hier. Das ist... Und das leiden. Das ist... Das sieht man ja auch ganz klar. Und hier auch. Da ist irgendwas aktiv. Aber wie soll man denn da hinkommen? Ne. Also ich glaube wirklich, dass hier... Also ich finde jetzt auch so schnell nix. Selbst wenn ich mich jetzt hier umdrehe. Ich sehe nix. Also. Wie kommen wir da hoch? Ich versuche es erst mal auf dem normalen Weg. Irgendwie. So. Jetzt ist nur die Frage. Was ist der normale Weg? Also da ist ja... Ne Zeichen. Aber wie will man da hinkommen? Und da oben ist ja auch die Laterne, die wir eben noch nicht getriggert haben. Aber wie kommen... Wo kommen wir denn... Wie kommen wir denn da hin? Warte mal. Da oben ist... Eine... Ein Vorsprung. Eine Klippe. Schlaf gut, liebe Janet. Gute Nacht wünsche ich dir. Ah. Warte mal. Hier. Das war den... Oh ja. Ich weiß es wieder. Scheiße. Das... Wir müssen den kompletten... Berg rum. Ja. Wir müssen den kompletten Berg rum. Da vorne geht es ganz rum. Ich weiß es wieder. Aber kommen wir dann da hoch? Zu der verfluchten Truhe? Okay. Das ist jetzt da echt ein bisschen fies. Dass man die komplette Strecke nochmal hinter sich bringen muss. Kommt man da nicht von oben irgendwie besser hin? Also hier gibt es keinen Weg nach oben, ne? Oder... Nee. Nee. Schade. Ja. Ich glaube, wir müssen... Hm. Also da oben. Da ist die verfluchte Truhe. Genau da. Die will ich natürlich haben. Ist ja logisch. Wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? Gibt's da oberhalb nicht irgendwie was, wo man sich hin teleportieren kann? Nee, das ist Roses Haus. Das ist schon wieder... Ne. Ne, 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 ne. Schlucht... Schlucht... Was ist denn Schlucht? Was ist denn Schlucht? Was ist denn Schlucht? Ach Gott, hier. Nee. Nee, 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 nee. Ach Gott. Nee. Ich dachte jetzt, das wäre auf der anderen Dingens irgendwie. Aber nee, das ist natürlich Quatsch. Okay, ja. Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als ein bisschen Kilometer zu machen. War? Das hilft ja nichts. Wenn wir die Geheimnisse alle haben wollen, dann müssen wir wohl auch was dafür tun. Müssen wir halt jetzt auch nochmal eine Spur genauer gucken. Aber ich meine, dass wir hier alles gemacht hätten. Waren wir hier unten? Aber nee, da ist definitiv Flucht. Ich glaube, das hatten wir sogar beim ersten Mal auch geprüft schon. Und hier mussten wir dann jetzt einmal komplett rum. Das weiß ich noch. Genau, ja, nee. Also, wir waren definitiv schon hier. Aber dann haben wir nicht schon so aktiv nach den anderen Sachen geguckt. Das kann ja durchaus sein. So, okay. So. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie man da hinkommt. Kommen soll. Kommen kann. Das haben wir alles schon gemacht. Ja. Hier waren wir überall. Bla, pipapo. Da waren wir eben sogar erst noch. Und das ist ja jetzt dann quasi der normale Weg, der uns weiterführt. Und da geht es ja dann auch gleich zu der halb eingestürzten Treppe. Da oben ist die Höhle. Und da müsste man ja theoretisch irgendwie über die Höhle da reinkommen, oder? Ja, ich wüsste jetzt sonst nicht, wie sonst. Das ist doch der einzige Zugang dann quasi, der da hochführt. Schauen wir mal. Aber das kenne ich ja alles schon. Das heißt, also wir waren ja hier schon. Habe ich hier einfach irgendwas übersehen gerade? Ist das nicht sogar hier der normale Weg, der zur Brücke führt? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich komme da jetzt nicht gleich die eingestürzte Brücke dann. Also da oben drauf ist ja die Truhe. Boah, jetzt bin ich aber mal echt gespannt, ob das hier der normale Weg war oder nicht. Ja, hier ist die Brücke. Hier ist die Brücke. Ja. Genau. Und die machen wir ja dann für uns gerade. Aber waren wir hier? Haben wir das übersehen? Einfach komplett? Ich glaube, wir haben es komplett... Ja, wir haben es einfach komplett übersehen. Krass. Sehr cool. Geil. Nice. Wir haben es einfach komplett übersehen. Oh ja. Wow. Da waren viele Bären. Das hat sich ja mal gelohnt. Jetzt wird es halt nur fies mit der verfluchten Truhe, weil jetzt natürlich gleich dann Gegner kommen. Und wir sind auf einer Klippe und so weiter. Aber wir haben die verfluchte Truhe gefunden. Nice. Sehr cool. Ja, dann werden wir die jetzt mal triggern. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich guck mal gerade, können wir ja schon irgendwas upgraden. 255. Eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn wir doch den Schild mal verstärken, glaube ich. Komm, wir machen das mal. Schaden kann es ja nicht. Erhalte eine Rott... Oh, das ist ja nice. Das heißt, durchs Parieren haben wir eine komplette Rott-Aktion. Einfach für lau. Okay, das ist auch nice. Gerade im Boss-Fight. Okay. Was passiert? Wo kommt was? Okay, bis jetzt nur Propelkram. Das ist schon mal nice. Kann gerne so bleiben. Wie und ohne Zeit, die runterläuft? Ach, Quatsch. Nee. Das war ja... Okay, easy. Peasy. Kein Zeitlimit, gar nichts. Ja, geil. Ah, ich habe mich jetzt hier schon auf Wat Vazini Wat eingestellt. Cool. Freue ich mich. Und wir haben... Geil. Da fehlen jetzt nur noch zwei Rotze. Dann haben wir den Berg auch abgeschlossen. Oh, wie cool. Leute, das ist ja mega geil. Oh, jetzt freue ich mich gerade voll. Das ist ja cool. Zwei Rotze noch. Dann haben wir den Berg auch fertig. Cool. Also zumindest was die Geheimnisse angeht. Und dann würde ich auch vorschlagen, wir gehen den normalen Weg einfach mal weiter lang. Wobei, auf der anderen Seite eben waren wir schon. Da war nix. Wir gucken mal. Was ist denn hier unten noch? Ach so, nee, da ist nix mehr. Okay. Na gut, hätte sein können. Nee, das ist dann jetzt wirklich nur, wir machen die Brücke für dich fertig, aber ansonsten nix. Das war ja der allererste Weg, wie wir hier hingekommen sind. Okay. Okay. Boah, dann wird das ja noch eine lange Suche, ne? Wo hier die Rotze sein könnten, auch die letzten. Hier haben wir auch schon alles aufgesucht. Da waren wir. Da ist das Ding, was man triggern konnte. Hier ist das Haus. Da haben wir eben noch die Eule draufgestellt. Ja gut, dann gehen wir mal rein. Ich weiß nicht, ob dann da gleich noch was kommt, was wir übersehen haben. Wir werden es erleben. Ich weiß nur nicht mehr, ob das dann gleich noch zum Berg gehört. Gucken wir mal. Aber es kann ja auch sein, dass wir hier drin sogar noch irgendwas übersehen haben. Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Ist denn hier noch? Geht's da irgendwie runter? Nein, geht's nicht. Und hier auch nicht, oder? Nein. Und hier auch nicht, soweit ich das sehe. Geht's hier irgendwo um die Ecke rum? Nee, es wird ja auch echt übel dunkel, ne? Nee, also hier war glaube ich nix. Und ich gucke ja bei solchen Sachen schon auch immer beim ersten Lauf eigentlich. In alle Ecken und so. Also selbst hier bei sowas, wo man... Nein! Ach, was machst du denn? Die sollte die Kante greifen. Ah, das ist aber doch blöd. Wenn ich doch an der Kante stehe, dann kann die doch die scheiß Kante greifen. Ist doch klar, dass ich da nicht rückwärts springen will. Leute, jetzt bitte ich euch aber. Ne, so. Und jetzt bitte Kante greifen. Kante greifen. Hallo? Kante greifen. Ist das dein Ernst? So. Ist hier unten irgendwas? Ich glaube nicht. Oder? Ist hier irgendwas? Will ich... Will ich das herausfinden? Also da ist nix. Nee, ich glaube hier ist nix. Ich weiß es nicht, aber ich denke, da geht es einfach nur in den Abgrund. Okay. Nee, dann weiter im Programm. Hm. Ach, hier war die Brücke. Genau. Hier war dann der... der, äh... das, äh... Kampfgedönse. Und ich meine, hier hätten wir auch alles durchgeguckt. Aber ich bin mir... Ich bin halt nicht sicher, ne? Wir schauen mal. Irgendwo muss ja hier noch was sein, denn sonst hätten wir ja alle Rotze. Also, schauen wir mal. Ist nur die Frage, wo. Hier drin war ich auf jeden Fall auch. Ja. Ach ja, genau. Hier hatten wir nämlich dann die Truhe. So. Okay. Hier oben ist nix. Hm, 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 hm. Ja, und da vorne war ja dann der Aufzug schon. Also, und hier ist auch nix. Ne. Ich bin ja sogar um den blöden Aufzug rumgelaufen, um zu gucken. Und dann... Ja. Ne, hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Ne. Ne, 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 ne. Dann, äh, go. Gucken wir mal. Wir gucken mal. Und oben war aber ja auch nix mehr. Also, uns fehlen wirklich nur noch zwei Rotz. Das kann doch nicht wahr sein. Und hier weiß ich ganz genau. Hier bin ich nämlich zum Beispiel dann auch rumgerannt, gelaufen, bla bla, pipapo. Alles nachgeguckt. Alles doppelt, dreifach, bla. Also, hier war ich schon relativ akribisch unterwegs sogar. Hier war, glaube ich, hier hatten wir dann die erste umgestürzte Katze aufgestellt. Manchmal machen die mir auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ne, hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Und ich laufe ja wirklich in jeden Scheißgebüsch überall rein. Wo sind die letzten Rotze? Also, ich will, ich will, bevor wir heute ausmachen, möchte ich zumindest den Berg abgeschlossen haben mit seinen Geheimnissen. Also, ich will auf jeden Fall die letzten beiden Rotze noch finden. Ist halt echt die Frage. Wie und wo wir die finden. Ich bin sehr gespannt. Aber hier waren wir ja auch schon. Wir waren ja heute schon hier. Wir sind ja, wir haben uns ja geportet. Und dann sind wir, so, also wir sind jetzt den kompletten Weg nach oben auch nochmal abgelaufen. Wir könnten nochmal zu der Stelle, wo wir meditieren konnten. Ich weiß nicht, ob da eventuell noch was ist. Oder wir gehen den Parcours nochmal ab. Ansonsten wüsste ich nicht, wo hier noch welche sein sollten. Ich glaube, der Rest ist in deiner Nase. Das kann sein. Wobei, ist relativ frei. Ist gar nicht so viel Rotze drin. Ach komm, Jackie, zwei Rotze noch. Die finden wir ja wohl. Wäre ja wohl gelacht, oder? Das, die Parcours hatten wir ja alle gemacht. Das war ja das quasi das erste Bogentraining, sozusagen. Ich kann es ja nochmal triggern. Man musste erst den. Und dann gingen die anderen hoch. Aber da war ja jetzt nichts. Das haben wir ja alles gemacht. Ja, da kamen ja dann nur immer neue Dinger. Hier vorne um die Ecke war dann auch das eine Hutding. Da können wir gleich die neuen Hüte höchstens mal aktivieren. Aber sonst wüsste ich hier nicht, dass wir irgendwas nicht gemacht hätten. Hier vorne war das, wo man dann den Hebel umlegen musste. Da gab es die drei Schwierigkeitsstufen. Hier ist der Shop. Da können wir die neuen Hüte einmal drauf plappen. Guck mal, jetzt haben wir auch alle Masken einmal an. Können wir mal eben uns angucken. Süß. Guck mal, die Hälfte haben wir, ohne dass wir mehr holen mussten. Einfach mal jetzt komplett Hüte. Geil. Uns fehlen aber definitiv zwei Rotze. Wo sind die letzten beiden Rotze, Sir? Haben wir das da gemacht? Achso, ja, das war der Parcours, ne? Der uns dann, äh, ja, ja, genau. Das war der, der hier angefangen hat. Der uns dann hier so durchgeführt hat. Blah, Pi, Bapoh, ja. Ja, und der Rest, hier sind wir eben langgegangen. Komplett. Da über die Brücke, Haus, Blah, haben wir alles gemacht. Ich weiß nicht, wo hier sonst noch was sein soll. Wir können, wie gesagt, gleich nochmal zu der Stelle gehen, wo man meditieren kann. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wo hier noch jetzt was sein soll. Ja, das war das, wo wir dann auf, äh, Zeit die Zeile machen mussten. Das waren jetzt so die ersten Schießübungsdinger. Da gibt's ja nur, äh, Edelsteine. Hm. Nachdem man gesehen hat, wie akribisch du alles durchsucht hast, ist es echt frustrierend, andere YouTuber dabei zu sehen, wie sie in der Hälfte vorbeilaufen. Ja, glaub ich sogar. Geht mir nämlich genauso immer. Gronkh und Co. und so weiter. Also ich bin halt auch wirklich sehr akribisch. Allerdings dann, äh, noch akribischer dann im zweiten Lauf. Aber ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ich kann das total nachvollziehen. Weil da muss ich auch so oft die... Ha. Nervt. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber man muss natürlich auch, äh, sagen, äh, es hat ja auch nicht jeder die Geduld dafür. Auch nicht zum Zuschauen, das muss man ja auch sagen, ne? Also es gibt ja super viele Leute auch, die einfach durchrushen wollen. Ähm, und sich gar nicht diesen ganzen Kram, alle Geheimnisse mit angucken wollen. Aber ich bin halt kein Speedrunner. Ich bin halt ein 100%-Spieler. Ich, ähm, will halt wirklich alles finden. Äh, das gelingt mir natürlich auch nicht. Immer. Ist ja Logo. Aber ich versuch's zumindest. Ich will wirklich alles durchgehen. Und es hat sich ja auch gelohnt. Also guck mal, wir haben jetzt den Berg fast abgeschlossen. Wir haben nur noch zwei Rotze. Wir gehen jetzt nochmal dahin, wo wir meditieren können. Das war hier. Und ansonsten wird's dann auch fast schon eng, glaube ich. Dann sind wir wirklich alles durchgegangen. Genau, hier können wir uns hinsetzen und meditieren. Das war das erste Mal, dass wir dann so einen Meditationsplatz gefunden haben, wo wir dann die erste erhöhte Lebensenergie bekommen haben. Und ansonsten wisst ich nicht, wo hier noch was sein kann. Wir haben hier alles gecleared. Aber, also wirklich alles. Ich guck da unten nochmal, aber da ist auch nix. Also hier ist definitiv nix. Hier ist einfach nix. Tja, dann wird es langsam eng. Dann wird es langsam eng. Dann weiß ich so langsam nicht mehr. Wir haben ja sogar hier das Geheimnis vom Sliden mitge... Oh, guck mal, hier haben wir noch was übersehen. Zumindest eine Laterne. Hm, ich hab auch keine Ahnung. Nee, ne? Und wir haben ja sogar hier da Dinge hier mitgenommen. Hier, die Blume. Die wir dann noch im zweiten Anlauf gesehen haben. Selbst die habe ich entdeckt. Beim Sliden. Ah, guck mal, da ist noch eine Dingens, die wir mitnehmen können. Wir können jetzt hier nochmal genauer gucken. Guck, ansonsten hier unten ist definitiv nix. Da geht es ja dann einfach nur in das Tal. Und hier oben haben wir die Truhe gefunden. Ja. Und dann bin ich hier weiter runtergelaufen. Blabla, pipapo. Also ich habe wirklich alles mitgenommen. Zumindest hier in dem Bereich. Wüsste ich nix mehr. Ich habe hier keine Ahnung. Ich gucke hier auch nochmal in alle Ecken. Aber habe ich ja auch schon. Nee, und hier geht es dann runter. Ja. Und hier kann ich auch nicht springen. Und dann sind wir hier wieder beim Haus. Und da haben wir jetzt ja auch sogar alles aufgeräumt. Wir waren hier. Bei der Eule. Wir haben das gemacht. Wir sind alles abgegangen. Wir haben einfach alles abgegrast. Ich glaube, wir haben mehr gefunden, als die Spieleentwickler vorgesehen haben. Also ist natürlich Quatsch. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Ob das noch irgendwas triggert. Äh. Oder ob, äh. Nicht. Ich versuche mal was anderes gerade. Ich habe noch eine Idee. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich mache mal einen Rottweil. Der geht ja durch mehrere. Nee, okay. Nee. Auch nix. Also ich glaube, das haben wir dann auch schon gemacht. Ansonsten wüsste ich nicht, was hier noch sein soll. Ich habe keine Ahnung. Okay, stopp. Hier ist ein Feld. Hier ist ein Feld. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Es sieht aber nicht so... Also hier glitzert nix irgendwie. Das auch ein Feld. Ich glaube dann... Oh, warte mal. Aber hier sind... Also hier war ich noch nicht. Moment mal. Doch. Das ist hier oberhalb von dem Euling. Wir haben nur das eine Teil nicht. Da können wir noch hingehen. Zumindest haben wir noch ein paar Edelsteine gefunden. Das ist auch schön. Da oben oberhalb war ich auch schon. Das ist die Rückseite von dem... Von diesem kleinen Aufzug, den wir eben gemacht haben. Das ist die Rückseite vom Haus. Ja, genau. Und das war ja das Feld, was wir eben gemacht haben. Wo wir dann hier den gefunden haben. Und das war nur das Ding, was dann uns hier das Teil für die Blume gemacht hat. Ansonsten ist hier nix mehr. Hier haben wir die Eule hochgebracht. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Brücke. Also. Puh. Ich hab keine Ahnung. Wirklich. Tatsächlich. Hier ist nichts mehr. Also zumindest nicht auf dieser Ebene. Oder ich bin wirklich total blind. Aber. Ne. Oh, warte mal. Was haben wir denn da? Hey, you get it. Schogette. So. Okay, aber das bringt uns ja auch kein Ding ins. Das ist ja keine Rotze. Oh, warte mal. Hier ist noch ein Ding. Wow. Okay. Das war schon okay. Also hier und da entdeckt man zudem noch ein paar andere Sachen. Ja, esst ihr die auch mal? Hier sollt ihr essen. Das gibt Punkte. Ja. Los. So. Und was ist... Im Haus waren wir ja auch drin. Hier sind Pilze, das heißt, das haben wir auch getriggert. Unbelievable. Ja, und jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt bei der Höhle, wo wir eben waren. Ha. Ha. Was, was, was ist das? Was ist das? Das ist der Aufzug, ne? Ja, das ist der Aufzug. Das ist der Aufzug. Dann habe ich keine Ahnung, wo hier noch was ist, Leute. Ganz ehrlich nicht. Ich habe keinen Plan. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja jetzt nicht ins Bett gehen, ohne die letzten beiden Rotze zu finden. Leute. Ne, zumindest wahrscheinlich heute nicht, weil jetzt hier sind wir ja wieder in der Höhle. Also, wir gehen mal den Weg dann quasi schon zum dritten Mal. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Das ist ja Quatsch. Ne, ich glaube, da machen wir echt für heute. Äh, für heute hier Feierabend. Das bringt, glaube ich, nichts, dass wir jetzt hier noch, also ich glaube nicht, dass wir jetzt, da müssen wir halt mit frischem, äh, frischem Kopf nochmal drangehen. Und wir haben ja auch noch ganz viel anderen Kram. Ich meine, wir können ja mal gucken. Äh, wir haben ja hier zumindest noch... Ja, aber nee, ich will halt nicht den kompletten neuen Bereich jetzt anfangen, ohne die anderen abgeschlossen zu haben. Aber das würde ich schon gerne noch vorher machen. Aber ich wüsste jetzt hier nichts mehr, um ehrlich zu sein. Also hier ist, glaube ich, nichts mehr. Ne, ich glaube, wir machen für heute hier Feierabend. Ist vielleicht auch gar nicht mal schlecht, wenn es dann mal nicht 4 Uhr wird. Dann, äh, kann ich mal ein bisschen schlafen. Ich glaube, das schadet nicht. So, auf dem Haus. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man da aufs Haus kommen will. Oder, oder irgendwas. Echt, 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 ja, wirklich auch in jede Kackecke rein, ne? Also ich weiß hier nichts mehr. Ich wüsste jetzt hier nichts mehr. Kein Plan. Nee. Haben wir alles gemacht hier. Alles easy peasy. Nee. Nee. Nee, ihr Hübschen. Ich glaube... Äh... Ich glaube... Das können wir, äh... Sehr guten Gewissens, sehr guten Gewissens heute ausmachen. Also ich wüsste jetzt hier nichts. Wir gucken dann... Also wir müssen jetzt auch nicht krampfhaft gucken. Vielleicht finden wir beim nächsten Lauf einfach irgendwas auch zufällig noch. Und ich glaube, das ist ein gutes, äh... Gutes Ende auch. Weil wir dann nämlich bei der nächsten Session mit dem neuen Gebiet auch anfangen können. Ähm... Ähm... Im Wald haben wir ja auch noch einiges. Und ich glaube, äh... Das ist... Macht einfach auch Sinn. Ja. Wir haben den Boss gelegt. Da bin ich doch schon mal happy. Das ist cool. Äh... Eine Sache könnten wir höchstens noch mal eben testen. Nö, 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 nö. Haben wir hier irgendwo einen Teleporter in der Nähe rechts von mir? Ach ja, vom Haus unten. Genau. Vom Haus. Das würde ich zumindest gerne noch mal eben kurz checken. Und zwar... Das ist, äh... Das ist, äh... Hier der Dorf-Dingsbums, ne? Heiliger Baum. Wasserschrein. Genau. Das sind die ganzen Schreine. So. Schlucht. Vergessener Wald. Taros-Baum. Ich will zumindest mal eben noch mal schauen, was es mit diesen... Dingern da auf sich hat, die man sehen kann, wenn man die Maske aufzieht. Also, weil hier haben wir auch noch ganz viel nicht gefunden. Und wir hatten hier, äh... Diese, diese Dinger da mit der Maske. Da weiß ich auch noch nicht, was da ist. Ach Mist, jetzt reizt es mich natürlich hier jetzt im Wald auch noch die alle Sachen zu finden, ne? Hehehehe. Äh... Schön machen wir auch. Ciao. Ciao. Ist mir doch egal. Mama kann ja mir nicht befehlen, dann ins Bett-Saal. Die wohnt ja nicht hier. Tja, Mama Pech. Vielleicht kannst du sie auch noch nicht finden. Wäre eventuell noch eine Überlegung. Ja, 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 klar. Das... Na klar, kann er. Also, äh... Es kommen ja auch noch Sachen dazu. Wir kriegen ja auch noch andere Waffen dazu. Bomben ja zumindest. Das wissen wir ja schon, weil man in den, äh... Einstellungen, in den Spieleinstellungen... äh, Bomben aktivieren. Ja, das kann durchaus sein, dass wir noch nicht alles, äh, entdecken können. Kann natürlich sein. Ich wüsste zwar jetzt nicht, dass ich da irgendwie eine Stelle gesehen habe, wo man Bomben triggern kann, aber ausschließen will ich das natürlich auch nicht. Oder einfach wirklich durch Zufall irgendwas. Aber ich gehe zumindest hier immer noch so ein bisschen, äh... Wir können noch ein bisschen durch den Wald spazieren. Ist ja auch schön. Und ist auch, äh, 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 tatsächlich ein superschönes Gebiet, wie ich finde. Und hier haben wir ja auch ganz viel noch nicht entdeckt. Ja, ja, man hat, äh, da haben wir uns selber ein bisschen getriggert, weil man in den, äh, Einstellungen, da steht dann hier blablabla Bombe irgendwas. Also, es kommen auch neben dem Bogen noch, äh, Bomben dazu. Was ist denn hier oben? Waren wir hier oben schon? Ich glaube, ja. Mist, ist das nicht die Stelle, wo hier der Rabenboy war? Genau, hier haben wir doch hier dieses Teil gefunden. Ja, also hier waren wir auf jeden Fall auch schon. Ja, das war das Teil, mit dem wir hier angefangen hatten, alles aufzuräumen, damit wir in die Höhle rein können. Oh, warte mal, da waren wir ja, da haben wir noch gar nicht aufgeräumt. Und das, das ist aber sehr nachlässig, mein Herr. Was ist das denn hier? Da ist ja noch Kram. Junger Mann. Also, das geht ja gar nicht. Hallo, äh, hallo. Ja, guck mal hier. Ein Meditationsraum, einfach, äh, Dingens, einfach mal. Easy peasy. Einfach mal hier locker schön noch ein bisschen, äh, Lebensenergie erhöhen. Und wir haben es einfach nicht gesehen. Boah, wie toll diese Stellen immer aussehen, ne? Einfach nur geil. Das war, das war, wo wir auf dem Weg zur Höhle waren. Haben wir einfach nicht gemacht. Geil. Sehr cool. Und sie ist so süß. Sie ist so super süß. Ja, geil. Sehr cool. Haben wir noch einen Meditationsplatz entdeckt. Geilo. Krass. Krass. Naja, genau. Und hier war dann die Höhle. Und hier war der ganze andere Kram. Genau. Hier war ein Blumenschrein. Jaja, das haben wir alles gemacht. Ja. So, aber ich weiß ja auf jeden Fall. Oh, die Bosse hätten, glaube ich, so viel einfacher sein können. Egal, Kampf soll ja auch Challenge sein. Ja, ach, ganz ehrlich. Jetzt wegen einem so einem Ding, ne? Das, äh. Wir haben es ja gut geschafft. War ja, war ja schön knackig. Knackig. So. Ja, ja, klar. Mehr Leben ist natürlich immer nice. Keine Frage. Aber ob das jetzt so viel ausgemacht hätte, weiß ich natürlich auch nicht. So, wir gehen aber hier runter. Ich will nochmal unten bei dem Wald. Und ein bisschen die Augen aufmachen. Das ist ja auch ein relativ großes Gebiet hier gewesen. Wo es viel zu entdecken gab, gibt. Und ich weiß ja auf jeden Fall, dass die, äh, eine verfluchte Truhe, die haben wir auch schon entdeckt. Die ist ja bei diesen drei Säulen, äh, wo wir die eine Säule anheben können. Ja, ich habe aber manchmal um deine psychische Gesundheit gefällt. Die ist durch. Also da brauchst du dich nicht mehr drum fürchten. Die Psyche ist durch. Dann eher, äh, nochmal so ein bisschen die physische, ne? Da könnte man nochmal ein bisschen, äh, da kann man nochmal aufrüsten. Die psychische Gesundheit, da ist, äh, da machst du nix mehr. Das ist vorbei. Aber gut. Bin ja trotzdem lecker. Lecker Mädchen, ne? Bin ja, bin ja ein netter Typ. Man, dieses unterschwellige Grollen. Aber das ist einfach so ein schönes Gebiet hier. Ich mag das so gerne. Das ist echt toll. Das gefällt mir sehr gut hier. Sind wir hier noch irgendwas? Ne, da waren wir eben. Gut. Alleine wie lange ich hier überlegen musste, wie man da oben zu diesem blöden Schrein kommt, da musste man einfach nur da außen rumlaufen, ey. Boah, was hat mich das Nerven gekostet. Oder hier mit dieser Reihenfolge mit den Kerzendingern, da von den Scheiß-Eulen. Die Kacke hier. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist wirklich toll, das Spiel, ne? Das stimmt. Was? Achso. Was ist denn jetzt los? Tja. Was sind wir hier denn auch schon überall im Wasser lang? Geschwommen. Ja, okay, hier sind wir hier. Hier war der eine Schrein mit den Eulen. Genau. Der Wasserschrein. Dann gehen wir mal da vorne zu den Säulen für die verfluchte Truhe, würde ich sagen. Na, ihr schnupps sieht's? Das müssten ja hier hinter gewesen sein, wenn ich da richtig in den Kopf fahre. Jetzt geht er hier hoch. Ach, Kina, bitte, du wirst ja wohl hier so einen Teil hochklappern können. So. Wenn mich nicht alles täuscht, war das hier. Da war ich mit in die Säule. Genau. Da oben ist ja noch eine verfluchte Truhe. So. Jetzt ist nur die Frage. Von der Säule bin ich da nicht hingekommen. Aber ich weiß noch nicht, warum. Das ist jetzt die Frage. Kommen wir von der Säule aus dahin? Das werden wir jetzt herausfinden. Ich wüsste sonst nichts. Und ich wüsste auch nicht, warum das die einzige Säule ist sonst, die man hochfahren kann. Aber es ist halt... Man kann sich da halt auch nicht festhangeln. Das ist das... Blöde. Also ich hab's ja schon zweimal versucht. Man kann sich da... Ach, doch kann man wohl. Oh Gott, das hab ich gar nicht richtig gesehen. Ich glaub, ich hab einfach nur an die falsche Kante. Dann sei... Dass ich einfach an die falsche Kante gesprungen bin. Ja, Tatsache. Hahaha. Nice. So. Sieben Feinde. Kommen die denn auch wenigstens dann alle hier? Sag mir nicht, jetzt komm hier nur so Kack-Eulen. Ja, sieht so aus. Ja, jetzt schießt ihr ab. Einer noch. Ja, hallo. Beruhige dich. Junge. So. Haben wir die verfluchte Truhe auch. Also links hier nur ein Tropfen auf Meißenstein. Nein. Weil... Hä. Drei Rotz, zwei Hüte, ein Blumenschrein. Geisterpost. Wo soll hier bitte noch ein Blumenschrein sein? Also, was wir hier noch haben, ist... Diese komischen Masken-Symbole. Äh... Keine Ahnung. Wenn wir die Maske aufziehen. Da hatten wir so ein paar Stellen, wo dann hier... Diese komischen... Und oben... Warte mal. Wir hatten doch auch noch eine Stelle, wo so ein Zaun war. Da waren wir auch noch nicht. Das weiß ich noch. Da war eine so eine Stelle. Ich meine, das wäre hier gewesen. Genau. Guck mal. Da oben ist nämlich lila Glitzer. Da müssen wir hinkommen. Ähm... Das müsste die Rückseite von dem... Was ist denn hier? Ja. Anni, da waren wir auch. Ne, ne, schon gut. Da kommen wir so einfach hoch. Ja, das ist die Rückseite. Und dann kommt da, wo die kleine Brücke ist. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, noch nicht hier. Bla. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Kann man eigentlich die... Guck mal, hier haben wir ja auch noch nicht alles gemacht, ne? Hier ist ja noch richtig, äh... Action. Hier ist ja noch richtig Action. Ha. Das war nämlich an dem Abend, an dem ihr mich ja alle genötigt habt. Und deswegen habe ich so viel übersehen. Das ist alles Euro schuld. So. Dass mal klar ist. Wo kommen wir denn hier? Ja, hier ist die kleine Brücke. Hier ist die kleine Brücke. Hier in der Nähe. Muss. Etwas sein, was uns... Guck mal, da oben auch noch. Da glitzert ja auch noch ganz viel. Äh, was uns die Möglichkeit gibt, das Zeug wegzumachen. Aber ich habe hier keinen Samen oder irgendwas. Aber ich meine, hier ist ja auch Laub. Und hier ist nämlich dieser Zaun. Und da kann man auch irgendwas machen. Also hier. Der Zaun ist ja auch... Dahinter ist nämlich hier... Was ist das denn? Ich bin jetzt auch raus. Fahre jetzt nach Hause. Herr Heisenberg, ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Fahr vorsichtig. Und auf jeden Fall einen schönen Feierabend. Mehr als verdient. Und schlaf gleich gut. Ja, das ist das, was ich dir wünsche. Heisi, Beisi. Kannst du mir noch eben sagen, wie ich hier, äh... Reinkomme? Ist ja nichts... Ja, deswegen kann man ja trotzdem, äh... Vorsichtig sein, ne? Kann es sein, dass wir irgendwie... Also hier haben wir ja das Ding. Aber ich glaube, damit kommen wir nicht durch Wasser. Ach, ich weiß nicht, ob ich schlafen soll. Bin um 1 Uhr zu Hause und um 5 Uhr geht der Wecker wieder. Ist übel, aber so ein bisschen... Ist ja vielleicht gar nicht verkehrt. Aber ich weiß, was du meinst. Ich, äh... Ja. Ist ätzend. Ich meine, ganz ehrlich, wofür soll das Ding hier denn sonst sein? Hier ist ja sonst nichts. Aber man kann damit nicht durchs Wasser. Doch, kann man wohl. Wieso? Hä? Hab ich das nicht beim letzten Mal versucht? Und dann ist das Ding im Wasser kaputt gegangen? Oder bin ich blöd? Alles klar. Okay. So, dann kommen Sie bitte einmal. Äh... Kommen Sie bitte einmal hierhin mit dem Ding. Sehr schönes Game. Ne, ja, finde ich auch. Also, ich bin auch echt mega, super, übelst begeistert. Muss ich auch sagen, ja. Äh... Dann würde ich doch mal sagen, wir stellen das mal hierhin. Bitte einmal hierhin. Das müsste doch dann genau die Rückseite sein von dem Mauerzaun-Teil-Dings da. Ja, aber hier muss ich ja nicht schwimmen. Das ist ja so ganz klar. Oder ich bin aus Versehen ins Wasser. Oder vielleicht habe ich auch einen falschen Knopf gedrückt. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, und jetzt sind wir nämlich genau auf der Rückseite. Make sure we can handle me. Nice. So, Leute. Es geht weiter im Wald. Im Welchen. Guckt mal hier. Los. Ich will dich entdecken. Ah, kann ich jetzt hier hoch dann quasi mit dem Teil? Wahrscheinlich, ne? Ich muss es ja auf jeden Fall kaputt machen. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt dann hier lang kommen. Aber eigentlich müsste das ja dann gehen. So, dann komm mal her, Boy. So. So. Na, äh, äh, na, hallo. So, ja, ihr, lang, ja, so, ihr, nein, so, ja, richtig, nein, ja, ja, und. So, dann haben wir auf jeden Fall einen Rot. Rot loves you. Sehr schön. Düdlüdlü. Finanzieren nur noch 50.000 Stück. So. Dann haben wir hier eine kleine Brücke. Und hier waren wir ja auch noch nicht. Ach, du Scheiße. Wie weit kann ich denn mit dem Ding hier laufen? Alles klar. Gut. Machen wir. Komm. Komm. Kommen Sie bitte. Kommen Sie schon. Ja, hier so. Ja, ja, ja. Ja, bitte einmal lang. So, danke. Dann jetzt über die, bitte, hallo, entschuldigen Sie mal. Ja, wat? Also die Steuerung von dem Vieh, ne? Das ist grausam. Das ist wirklich grausam. Und das darf ja jetzt auch nicht runterfallen, weil dann ist es definitiv kaputt. Alter. So. Ein Blumenschrein. Juhu. Nice. Sehr schön. So. Da fehlen uns jetzt nur noch zwei Rotz, zwei Hüte und eine Dingens. Blumenschreine haben wir jetzt hier alle. Im vergessenen Wald. Und dann können wir hier unten ja dann jetzt auch noch. Was? Hä? Oh, rechts. Ja, 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 ja. Oh. Oh. Wir entdecken Dinge. Wir entdecken Dinge. Moment. Aber erst noch einmal hier die Rotze holen, bitte. Kommen Sie bitte. Oh, wir entdecken Dinge. So, einmal das hier wegfegen. Okay, das scheint nicht viel zu sein. Nee, okay. Und dann hier vorne. Nee, na gut, okay. Ich dachte, da wäre vielleicht auch noch irgendwie... Zumindest ein Stück Schokolade oder sowas gewesen. Aber dann wurde ja nicht. Keine Schokolade. Ah, ja. Dann gehen wir jetzt wieder hier hoch und wissen jetzt, dass auf der anderen Seite noch ein Blümchen ist, wo wir hin können. So. Äh, wie haben wir das denn jetzt eben getriggert? Von hier aus. Ah ja, von hier aus. Und die andere... ...ist dann da gewesen, ne? Okay, okay. Oh, boah. Das wird aber jetzt lustig. So, und dann... Yes. Nice. Geilo. Post. Geisterpost. Ach, wie cool. Sehr, 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 sehr cool. So, haben wir jetzt hier oben noch irgendwas anderes Feines? Komm, noch ein Röttchen vielleicht? Nein! Na gut, okay. Also, tja. Dann ist jetzt... Dann fehlen jetzt noch zwei Hüte und zwei Rotze. Die können jetzt überall und nirgends sein. Was ist denn hier? Bin ich hier vorne schon langgeschwäumtet? Hier kann man ja nicht schwimmen, hier. Oha! Was ist das denn? Wo sind wir denn? Hier! Oha! Da hab ich wohl auch was entdeckt. Äh, die Frage ist nur, wie... Wie, äh... Oha! Das ist ja wie Zelda. Wie bei so einem Feen-Tümpel. Geil, ey. Einfach mal ein komplett neues Gebiet und noch ein Meditationsplatz. Alter, wisst ihr... Was ist los? Wie viel Energie wir... Ey, jetzt muss ich... Jetzt muss ich aber mal ganz ehrlich was sagen, ne? Das ist ja dann noch krasser, dass wir die ganzen Bosse gemacht haben. Wir hätten noch dreimal mehr Energie dazu gehabt. Geil. Krass. Einfach krass. Jetzt kann... Können wir aber noch mal ein bisschen mehr stolz sein. Auch quasi, ne? Da müssen wir der Mama erzählen. Wie süß! Ach, das sieht so toll aus einfach. Am Ende bist du der Boss, richtig. Ne, aber guck mal, am Ende, wenn wir jetzt alles entdeckt hätten, vor dem Bosskampf, den wir eben machen, ist einfach und die komplette Leiste den ganzen Monitor lang. Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Also, hier haben wir ja auf jeden Fall auch noch irgendeine Reihenfolge, die wir hier triggern können, denn hier sind ja, zack, äh, irgendwelche Sachen. Aber was? Was passiert hier? Ey, wie schön das ist. Einfach was für ein toller Platz. Hier wohne ich. Ich möchte hier wohnen, bitte. Ich möchte hier eine Wohnung. So, da haben wir noch einen Rot. Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet im Wald wir eher die Rotze finden, als, äh, auf dem Berg. Weil der ja doch nochmal eine Runde, äh, komplexer irgendwie ist. Boah, wie schön das einfach ist. Jetzt ist die Frage, äh, haben die was zu sagen oder ist das nur, äh, weil das der Meditationsplatz ist? Das ist jetzt die Frage. Aber wenn die leuchten, dann kann man die eigentlich meistens triggern. Aber ich weiß es halt nicht. Kann auch wirklich einfach sein, dass das hier wegen der Meditation ist. Oder ist hier oben irgendwas? Nee, da tut sich aber gar nix. Nee, 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 nee. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Das heißt, uns fehlt noch ein Rot. Ein Rot fehlt uns noch und zwei Hüte. Liebe Elena, meine allerliebste Lieblings-Elena, ich wünsche dir einen wunderschönen, äh, ja, noch Abend. Naja, so mehr oder weniger, eher Nacht, ne? Wie geht's dir denn heute, mein Herzchen? Erzähl mal. Hm? Nee, also hier können wir definitiv nix mehr machen. Ich glaube, das ist wirklich nur für den, äh, Monitor, äh, Monitor, Meditationsplatz. Hab's dann auch mal hergeschafft. Ja! Ah, und du kannst froh sein, dass wir noch da sind, beziehungsweise ich, weil ich, äh, eigentlich schon Feierabend machen wollte. Aber mich hat's nochmal gepackt, in den Wald zu gehen. Das muss dann noch irgendwas zu sagen haben. Erst war's ein beschissener Tag, aber bis eben war ich mit zwei Freundinnen im Theater. Oh, das ist doch cool. Was habt ihr denn gesehen im Theater? Irgendwas Bekanntes oder irgendwas, äh, ein kleines lokales Stück oder, oder was habt ihr gesehen? Affentheater oder ist, äh, mein Stream im Theater aufgeführt worden und ihr habt euch den angeguckt. Das wäre natürlich, äh, schön. Da würde ich mich freuen, wenn's mal sowas wäre. Weil ich eigentlich schon Feierabend machen wollte. Also wie gestern. Ja, gut, gestern waren wir ja schon noch um einiges länger dran, weil wir ja auch, also so wie heute... Also, ja, du hast recht. Elena, bitte, du musst nicht, äh, jetzt klüger sein als ich. Ja. Das mache ich gleich mal Theater. Ne? Hm, 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 hm. Das ist relativ bekannt, würde ich sagen. Ach, Fair Lady. Oh, cool. My Fair Lady. Sehr cool. Ja, kann man, kann man kennen, ne? Wenn man so ein bisschen so in der Dichterdenker... No, guck mal, kommein schon kennen. My Fair Lady. Geht schon, fit. Also, Mädels Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt Wir haben aber auch super viel gefunden Muss ich ganz ehrlich sagen Ich glaube, wir können Äh Ich gehe jetzt hier nochmal ein Ründchen lang Wir haben noch ein Ey, wir haben noch Meditationsplätze Einfach zwei Stück gefunden Wie geil ist denn das bitte Und dann glaube ich, können wir Wirklich Feierabend machen Für heute, ich bin durch Ich bin echt durch Ja, und hier Das Lustige ist Wir haben hier angefangen heute Und hier endet es jetzt auch heute Genau hier haben wir angefangen Weil wir da zuletzt den Bosskampf gemacht haben Das ist ein bisschen Gruselig Ne, also ernsthaft Feierabend Ist auch eine gute Zeit jetzt Das Schicksal will es so Das Schicksal will es so Ich gehe nochmal hier ein bisschen lang Aber dann ist Schluss Weil ich dann nach Hause muss Und mit allen, die schon warten Gehe ich dann zum Kindergarten Hier ist auch nichts mehr Also Und guck mal Dann haben wir im Wald Äh Doch noch super viel gefunden Richtig viel Und können Ähm Morgen Oder am Wochenende Je nachdem wie morgen Äh Das dann mit den Mädels verläuft Ja, vielleicht morgen Coco kann morgen bis neun Äh Können wir Ähm Noch Dann Beim anderen Gebiet starten Guck mal Ich glaube die Jackie Die will quasi Dass ich aufhöre Weil die Äh Auch nicht mehr kann Die will ins Bett Und will aber nichts verpassen Weißt du Die ganze Zeit so unterschwellig Oh ja komm Gönn dir doch mal was Ich komm auch noch vorbei Bring dir ein Kakao Geh doch mal ins Bettchen Jetzt langsam Ja Ganz geschickt Ganz geschickt Machst du das Ne Aber ist auch Äh Tatsächlich so Also Wir haben noch Meditationsplätze gefunden Wir haben durch den Bosskampf Noch Äh Lebensenergie Wir haben dreimal Lebensenergie noch erweitert Plus Fähigkeit Wir haben den fetten Bosskampf gemacht Wir haben noch Ja Was haben wir Nicht noch alles erlebt Leute Ne Würde ich sagen Deswegen machen wir Jetzt hier Feierabend Und morgen Spätestens Übermorgen Geht es dann weiter Je nachdem Wie es mit den Mädels dann aussieht Ich weiß nicht Was da morgen Quasi Anliegt Ich bin Ich bin Ich bin Vielen Dank.